Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 342. Mein Name ist René, außerdem heute der halbstimmlich belegte Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Und der Schamane Basti ist auch wieder mit am Start. Gude und Grüße. So, und etwas später wird dann auch noch der Marvin dazukommen, der ist noch auf dem Nachhauseweg von seiner Erwerbstätigkeit und dann wird er sich auch noch mit einklinken und mit uns über Fußball reden und das tun wir, glaube ich, in dieser Woche auch sehr gerne. Wir müssen reden über dieses Hoffenheim-Spiel, wir haben dieses wunderbare Meiland-Spiel vor der Wurst, auf das wir uns alle freuen. Dann haben wir eine gigantisch lange Liste an Dummschwätzer-Nominierungen und wir haben zwei gute Taten der Woche, die uns von Hörern geschickt worden sind. Also von daher volles Programm. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir natürlich erstmal so die aktuellen Faktenlagen auf den Tisch legen. Fakt Nummer eins ist, Rebic verletzt am Knie, fährt jetzt nach Belgrad zum Spezialisten und man ist sich sogar uneinig, ob er für das Mailand-Rückspiel zur Verfügung stehen wird. Das ist so eine Aussage, die man jetzt gerade in der Situation eigentlich nicht so gerne haben will. Bei solchen Nachrichten muss ich immer an Dennis denken. Ja, Alarm, Alarm, auf jeden Fall grauenvoll, grauenvoll. Ich sehe es auch schon kommen, der fällt jetzt hier für die nächsten vier Wochen aus und es wird im Moment, wie er sagt, zwei, drei Tage kürzer treten. Wer es glaubt, also es sah ja schon nicht gut aus am Sonntag, aber Samstag war es Samstag, aber das ist natürlich schon was, oh Mann, das ist so ein Mist. Ich bin wirklich gespannt, ich hoffe, dass diesmal wirklich offen die Karten auf den Tisch gelegt werden, es wirklich so ist, dass er nur eine ganz kleine Blessur hat. Wie er sagt, ich glaube, keine Bänder verletzt, das ist ja wirklich schon mal wichtig, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir leider wirklich jetzt hier wieder zwei, drei Spiele auf jeden Fall auf ihn verzichten müssen. Ja gut, das hatte ja Hübner heute im Interview schon gesagt, also er fürs Hinspiel definitiv und auch für das Rückspiel wäre das dann eher so, naja, Wunderheilung hat er jetzt nicht gesagt, aber es wäre schon irgendwie mit viel Glück und da würde man sich jetzt nicht drauf verlassen, also ich gehe ja auch davon aus, dass wir ihn vor dem, was kommt nach Düsseldorf? Nürnberg, oder? Nürnberg, müsste er, ja, dass wir ihn da vielleicht erst wieder sehen werden, ist natürlich ein bisschen... Ja, ich schwanke zwischen allen Extrem, weil Dennis und ich, wir unterhalten uns ja hier gefühlt wöchentlich über solche Meldungen, das hat mit Fabian angefangen, dann ging es über Abraham zweimal, also dass wir immer diese merkwürdige Kommunikation, ja, ja, es ist alles nicht so schlimm, das war diesmal auch so, das hat sich diesmal sogar zweimal gedreht, es hieß erst, reine Vorsichtsmaßnahmen nach dem Spiel. Dann hieß es, naja, doch nicht so einfach, er fliegt jetzt nach Belgrad. Dann hieß es, er fällt lange aus und jetzt heißt es aber wieder, heute habe ich bei Hessen Show, das letzte, was ich gelesen habe, war, dass die Bänder überhaupt nicht belastet sind, sondern eher ein bisschen Wasser im Knie hat, was immer das auch heißt, weil Wasser im Knie ist auch nicht gleich Wasser im Knie, also es kann beides sein, also es kann komplett harmlos sein, aber es kann auch nicht so angenehm sein. Ich gehe jetzt einfach mal präventiv vom Schlimmsten aus und denke, dass er wirklich jetzt mal drei Wochen weg ist. Ja, würde ich jetzt auch von ausgehen. Das ist eigentlich echt kacke. Ja. Natürlich werden die Stimmen jetzt kommen, die sagen, aber, aber, Pacencia hat sich ja jetzt auch gezeigt, kommen wir später noch zu und eigentlich hat er immer eh nur, meistens haben er eh nur zwei von der Büffelherde gespielt, beziehungsweise Galcinovic kann dann auch noch reinkommen, bla bla bla. Aber das Ding ist, gerade gegen Inter Mailand wäre er eigentlich der Entscheidungsspieler für mich gewesen. Wenn wir jetzt nachher über die Aufstellung geredet haben, wenn René uns immer fragt, so meine Aufstellung, er wäre der Erste gewesen, an den ich gedacht hätte, wenn du gegen ein italienisches Team spielst, was wirklich physisch auch zu bekämpfen ist, die selber hinten drin irgendwie sehr, sehr massiert immer stehen, da wäre er derjenige gewesen, der mit seinen, ja, wie soll man es nennen, der ist ja, der ist ja wie so ein Soldat, mit diesem Auftreten, das er auf dem Platz dann hat, hätte er uns, glaube ich, in diesen Spielen entscheidend helfen können. Und deswegen erlaube ich mir sogar noch eine ganz kleine Resthoffnung, dass er wenigstens im Rückspiel dabei sein wird. Das wäre supergeil auf jeden Fall. Aber gut, wie er schon sagt, die Meldungen sind natürlich alles andere als euphorisch zu... Also ich muss wirklich sagen, ich habe Angst, dass er uns jetzt wirklich lange ausfällt, aber das liegt einfach dran, weil wir so oft jetzt schon hier gesehen haben, oje, oje, ein, zwei Tage, ein bisschen kürzer dringend, Vorsichtungsmaßnahme etc. Also diesen ganzen Bullshit, den wir da schon gehört haben, hoffen wir einfach mal, dass es endlich mal bei Rebic nicht der Fall ist und wir im Endeffekt wirklich am Rückspiel wieder voll auf den Soldaten, wie du so schön gesagt hast, zurückgreifen können. Ja, und dann gab es heute noch eine zweite Meldung, die jetzt ausnahmsweise mal nichts mit Verletzungen zu tun hat, sondern etwas, was wir auch schon seit längerem angeprangert haben. Es ist mal wieder Schimmel in den Katakommenden, was den Vorbereitungs- und Trainingsablauf enorm behindert, weil sie jetzt in die Spieltagskabine umziehen müssen und natürlich dann da mit Logistik und das alles irgendwie nicht so richtig. Da ist das Ganze liegt wohl an einem Wasserrohrbruch, der da im Januar unterwegs war. Ja, das war ja etwas, was wir schon vor Ewigkeiten mal bemängelt hatten, als damals Kovac hier ankam. Ja, hat sich ja jetzt irgendwie nicht so wirklich viel getan an dem ganzen Thema. Nervt, auf jeden Fall. Ich finde gut, dass Bobic das jetzt so ein bisschen in diese aktuelle Diskussion reinballert, einfach um zu zeigen, hier Leute, die Stadt Frankfurt soll sich nicht nur einmal zeigen, wer ein Pokalsieg ist und ein goldenes Buch und dieses ganze Zeug. Und gerade bei dieser Beutz-Sache hat man ja sehr, sehr, sehr wenig gehört, sage ich mal, von allen. Und Thema Stadionmiete ist ja auch immer so eine Sache, mit der Geschäftsskelle gibt es Stress. Also die Stadt, die nutzt die Eintracht sehr, sehr gerne aus, habe ich das Gefühl, weil natürlich die Eintracht auch auf die Stadt komplett abstrahlt. Also wenn du über Frankfurt nachdenkst, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, mittlerweile sogar europaweit, die an die Eintracht denken. Das zahlt ja auch ins Stadtmarketing mit ein, das nehmen die gerne mit. Aber sobald es ein bisschen unangenehm wird, sind die auch schon ziemlich leise. Also das ist mir sehr, sehr aufgefallen, gerade in diesem aufgehitzten Kram, den wir jetzt hier haben. Stört mich so ein bisschen, findet aber gut, dass Bobic so Spindoktor-mäßig das so ein bisschen probiert, auch mal, ja, nochmal zu sagen. Dass man sich nicht hinstellen kann, zu sagen, ey, die Eintracht muss jetzt hier an alle Türen klopfen und betteln, dass sie irgendwie Hilfen kriegen, jeglicher Art, ob es jetzt Polizeieinsätze oder irgendwelche Stadiondinge sind. Das finde ich gut, weil die Eintracht trotzdem auch ein bisschen ihre Position stärken muss, im Sinne von, dass man sagen kann, ey, ganz ehrlich, Leute, dann behaltet die Commerzbank Arena und wir bauen uns ein eigenes Stadion. Natürlich will ich das nicht, weil es trotzdem im Herzen wahrscheinlich immer das Waldstadion sein wird und man nicht so ein seelenloses Ding wie meins haben will. Aber man könnte das ja zumindest mal, wir haben es ja von Bayern gelernt mit dieser Super League, man könnte es ja zumindest, auch wenn man es nicht vorhat, als Druckmittel benutzen. Ja, bin ich voll bei dir, Basti. Außerdem muss man doch wirklich sagen, was bezahlen wir an Stadionmiete? Neuneinhalb Millionen oder sowas. Zehn Millionen Euro. Ja, genau. Also das ist doch, wollt ihr mich verarschen? Und dann kriegen sie es nicht hin. Dann schüttelst du da auch. Ja, das kann doch nicht. Das kann ja wohl nicht ehrlich den Ernst sein. Und jetzt geht es ja schon so weit, dass du, ihr habt es richtig gesagt, im Januar war der Schaden. Dann merkst du doch, okay, was für Stümper sind denn da schon wieder am Werk? Das ist, da kriege ich einen zu viel. Das ist auch geil, dass die Eintracht, und da bin ich auch voll bei dir, Basti, dass Bobic ist auch offen mal kommuniziert. Leute, wir sind professionell geworden. Kommt einfach mal auf dasselbe Level und arbeitet hier korrekt die Sachen ab. Weil das ist wirklich, da denkst du doch, was ist das für ein Provinzclub, der in der Schimmelkabine trainiert, so ungefähr. Also das ist schon, das ist schon echt ein hartes Stück. Und ich hoffe auch, dass ich da was tue. Kovac hatte das ja auch. Ja, der hatte das. Bei seinem Amtsantritt C hatte das sogar teilweise schon angedeutet. Und das ist ja, wie Dennis sagt, wenn ich jetzt hier wirklich, wenn mir einer hier eine Wohnung hinstellt, und der verlangt, keine Ahnung, wirklich 1.300 Euro Miete von mir im Nordend, was mittlerweile sogar normal geworden ist. Weil der normal ist, ja. Ja, und dann schimmelt mir hier aber, was weiß ich, die Wand ab. Und der sagt so, ja, müssen wir mal gucken. Also da stimmen die Verhältnisse ja nicht. Also dass sie eine Miete verlangen, was ja dann aber eigentlich eine Bruchbrude in dem Sinne ist. Also das ist wirklich, das ist, ich verstehe es auch nicht. Weil ich nicht verstehe, dass die Stadt nicht einfach merkt, okay, das hilft uns auch. Das ist ja nicht so, dass die Eintracht irgendwie, weiß ich nicht, nerviger Posten auf irgendeiner Kostenliste ist, der dich irgendwie abfuckt. Sondern die Eintracht, die kreiert ja für die Stadt tatsächlich auch positive Sachen. Also das ist ja wirklich, wir haben ja gesehen, was hier in der Stadt los war. Das gehört ja alles dazu. Die Eintracht spiegelt so ein bisschen auch die Lebenskultur hier wieder mit der Internationalität. Dass da, ich verstehe es nicht, auch beim Bau der neuen Geschäftsstelle, dass es da irgendwie so Verzögerungen gibt, dass es sogar sein kann, dass der Eintracht die Kredite platzen und so ein Kram. Ich kann es nicht verstehen, wie lange dort die Wege sind bei solchen Sachen, gerade in der heutigen Zeit. Also, dass man wirklich da nicht irgendwie die kurze Leitung nimmt und sagt, ey, lass uns das irgendwie klären. Wir wollen alle zusammenarbeiten. Gut, wir haben jetzt hier schon oft das Gegenteil gesehen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Bin aber zuversichtlich, dass unsere Verantwortlichen da auch die Position, die Eintracht jetzt hat, durch den Erfolg auch ausnutzen wird. Ja, die Hoffnung habe ich auch. Und dass Bobic das jetzt auch nochmal öffentlich gemacht hat, zeigt ja, dass er da auch durchaus bereit ist, in die Konfrontation zu gehen. Wenn wir schon gerade bei Konfrontationen sind, die gab es auch rund um das Spiel gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag. Wir gehen am Ende 3 zu 2 siegreich vom Platz, nachdem wir früh in Führung gegangen sind, dann in Ausgleich und man muss auch leider dazu sagen, das verdiente Führungstour von Hoffenheim kassiert haben. Da waren wir halt einfach nicht schlau genug an der Stelle. Machen dann in der 89. war es glaube ich, 88, 89 den Ausgleich. Und dann mit bayernartigen 6 Minuten Nachspielzeit dann den Sieg treffer. Also für meine Nerven war dieses Spiel definitiv nichts. Meine Stimme ist leider im Stadion geblieben. Nein, also dieses, was du hast schon richtig gesagt gehabt, also nach dem Patientia-Tor, wer da nicht sich die Seele rausgekrischen hat. Und auch mal das ein oder andere Tränchen im Auge hatte, weil es einfach so geil war. Es war ja wirklich so geil. René, du hast es auch schon schön gesagt. Hoffenheim hat wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Zwischenzeitlich waren ja auch noch ein Pfosten- oder ein Lattentreffer. Und ach, was weiß ich. Also es war wirklich so ein Spiel, wo du normalerweise gedacht hast, Mist, werden wir heute leider nichts holen. Dann haben wir ja die gelb-rote Karte, beziehungsweise Adams hat die ja bekommen gehabt. Da haben wir noch gedacht gehabt, ach, das ist halt heute auch nicht mehr im Fußball so, dass wenn der Spieler im Endeffekt fehlt, dass du unbedingt was draus machst. Ja, es ist wirklich eine geile Sache, dass wir da tatsächlich dann auch noch ein Dreier am Ende rausholen. Und diese Bayern-Mentalität, schön auch, wie du es gesagt hast, 90 plus 6, das Tor noch zu machen, einfach nur richtig geil. Und Patientia gönne ich es natürlich auch mega. Gerade auch mit dieser gelb-roten Karte. Ja, also Hoffenheim lag zu dem Zeitpunkt in Führung. Und natürlicher Reflex ist ja dann normalerweise, dass du in dem Fall, wenn du dann da einen Spieler verlierst, dass du dann defensiv einwechselst und dich irgendwie hinten reinstellst, um das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Und das war ja in der, wann ist der vom Platz geflogen? 63. oder 64. 64. Genau, ja. Also da kannst du das ja locker eigentlich auch machen. Also wenn du nicht jetzt nicht totale Vollpfosten da hast, kannst du so ein Spiel ja dann auch die letzten 20 Minuten da irgendwie über die Zeit bringen. Also die Gefahr war ja durchaus auch da. Und wir haben uns ja dann auch nicht gerade einfach getan. Ich meine, fangen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter vorne an. Ich fand schon, dass wir Hoffenheim halt auch so ein bisschen wieder in das Spiel da reingebracht haben, weil wir so ab der 30., 35. da so ein bisschen sehr, ja, diesen Schlendtrian da wieder drin hatten und damit halt Hoffenheim halt einfach auch die Räume wieder aufgemacht haben, die dann über die schnellen Konter und über die Außen da gegangen sind. Und ganz ehrlich, dieser Joe Linton, der richtet mich jedes Mal auf. Ja, aber das ist schon ein geiler Kicker. Ich finde, dass man hoffen... Ja, aber er richtet mich trotzdem auf. Ja, zu Recht auch. Aber der Typ wird halt auch irgendwann für 60 Millionen nach England wechseln. Das ist auch ein geiler Stürmer. Schorleu ist, wenn er fit ist, auch ein geiler Stürmer. Ja. Welfodil ist auch ein geiler Kicker. Die haben schon, posch, super. Also die haben schon geile Spieler. Ja, klar. Ich weiß da... Ich tue mich dann immer auch schwer damit. Eigentlich, also die Bewertung... Ich bewerte es ähnlich wie du, René. Dieses... Die Eintracht hat Gas gegeben. Also dieses Spiel war wirklich mit offenem Visier von beiden Mannschaften. Muss man auch sagen, Respekt an Hoffenheim. Die haben sich hier nicht hinten reingestellt, sondern das war ein Spiel mit offenem Visier. Das hat Bock gemacht. Das hat, glaube ich, auch neutralen Zuschauern Bock gemacht. Und die Eintracht. Und endlich. Vor diesem Freistoß habe ich noch zu meinem Kumpel im Blog gesagt, ich so, ey, so ein Spiel, was so 50-50-mäßig ist, müssten wir auch irgendwie einfach mal so öffnen. Also das, du weißt, und das war ja perfekt. Also der schießt Rebic einfach ins Gesicht und der Ball prallt ins Tor und du führst 1-0. Ja. Trotzdem war das meiner Meinung nach verdient, aber natürlich trotzdem, ja, eine Entstehung, so ein bisschen glücklich. Dann, was du ansprichst, dann haben wir dir ein Spiel geholt. Und ich glaube auch, dass Hoffenheim sich selber ein bisschen ins Spiel geholt hat. Zu sagen, okay, die können kicken, die sind taktisch ziemlich diszipliniert, die wissen, wie man Räume bespielt und die tun sich, und da waren wir vielleicht sogar ein bisschen zu blauäugig, weil wir nur gegen Hannover gespielt haben, dass die Abwehr mit Touré, Indica und Hinteregger und Herr Sebe auf die 6, dass das noch nicht zu 100% funktioniert. Ich glaube, dass wenn du es rational betrachtest und dass es halt einfach normal ist. Also ich glaube, dass ein Touré, der hier nach einer Verletzung wiederkommt in eine neue Mannschaft, dann neben einem 19-jährigen spielt, der auch nicht eingeplant war, liebe Leute, also der ist, weil Salcedo sich verletzt hat, ist Indica überhaupt, der ist wirklich, kam es so krass auf ihn an. Und Abraham auch. Also diese, das Indica ist ja gefühlt fast schon unser Abwehrschiff. Also dass du, dann kriegt der Hinteregger dazu, der ist auch noch nicht lange da. Das heißt, da spielt ein 19-Jähriger, der seit Anfang der Saison da ist, plus zwei, die in der Winterpause gekommen sind. Ich glaube einfach, dass das einfach in der Natur der Sache liegt, dass da eine Mannschaft, die Qualität von Hoffenheim hat, Lücken her spielen kann. Das ist ärgerlich und es war auch so ein bisschen Schlendrian-mäßig, weil dieses Tor zu leicht war. Zack, zack, dann spielt er mit der Hacke rein, Joel Lindsons freie Tor. Das heißt, Eintracht musste sich in dieses Spiel reinkämpfen, dieses Tor reinwürgen. Ja, und die haben das so ein bisschen locker-flockig, so bumm, bumm und auf einmal stand es, auf einmal stand es 1-1 und in der Folge dann gibt es eine Einzelaktion von dem Spieler Belfodil, der einfach momentan gut in Form ist. Von der Mannschaft, die, man darf es nicht vergessen, neun Auswärtsspiele davor, glaube ich, gar nicht verloren hat. Also die sind auswärts fast sogar stärker als zu Hause, wo sie sich immer ein bisschen schwer tun. Ja, und das fand ich zu dem Zeitpunkt normal, auch wenn es mich im Stadion arg frustriert hat. Also es hat mich arg frustriert. Ich bin dann am 80. noch mal auf Toilette gegangen, weil ich sehr, sehr dringend musste. Ja, und was dann passiert ist, darüber können wir ja jetzt ein bisschen reden, weil das ist wieder, das kannst du, musst du fast schon von dem Spiel trennen, finde ich. Also das ist so sonder zu bewerten. Es war richtig geil. Jetzt kommt aber auch noch ein wichtiger Punkt, der mir auch wieder aufgefallen ist. Da hatten wir auch jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Taktischer Wechsel und Umstellung der gesamten, ich sag mal, der gesamten Taktik und der gesamten Aufstellung. Nämlich, wir haben wieder mit einer Viererkette ja dann irgendwann gespielt gehabt. also wirklich geil. Also es hat auch wirklich mal gut funktioniert. Natürlich hast du damit auch diese, die Situation dann noch mal mit dem Mann mehr ein bisschen, konntest du irgendwie besser ausnutzen. Es ist wirklich, es war wirklich eine geile Sache und kann man einfach nur sagen, Hütter, geile Aktion und dass wir uns am Ende dann natürlich da mit drei Punkten belohnen. Das hat natürlich auch mit, im Endeffekt, einem richtigen Willen zu tun, denn die Eintracht hat ja wirklich nochmal richtig Vollgas nach vorne gespielt. Auch dieser, dieser Steilpass vorm Tor von Paciencia auf, ich glaube, Haller war der, war der Passgeber, kann das sein? Hasebe hat flach auf Haller gespielt und der hat den Ball quasi rübergechippt, sodass Paciencia ihn dann auf den Kopf hatte. Also genial und da siehst du auch wieder, ein Hasebe ist natürlich genial hinten in der Mitte als Libro, aber auch so ein schöner Pass vorne oder auch mal im Mittelfeld hat er auch wieder super organisiert, war richtig stark. Auch Rode fand ich möglich ein super Spiel gemacht. Das ist natürlich schön. Ja, aber ganz ehrlich, also diese, ab der 70. Minute, nachdem wir umgestellt haben auf das 4-4-2, boah, was habe ich mich da aufgeregt. Also, aber permanent, was habe ich auf Gacinovic geschimpft, der wieder ein ums andere Mal die falsche Entscheidung trifft und dann diese Ecke, dann gerade in dem Moment die richtige Entscheidung trifft und diesen Ball da rüber spielt auf Haller. Ja, ich habe echt minutenlang über den Kahl geflucht, aber auch Rode, ja, der ist extrem wichtig fürs Mittelfeld, aber ganz ehrlich, im 16er mit dem Rücken vor dem Ball annehmen, sich um 180 Grad drehen und das, was der da Schuss nennt, du lieber Gott. Ja, das war krass, das war krass. Aber dafür wird er auch nicht bezahlt. Ja, natürlich nicht, aber er hat es auch dreimal. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde gar nicht, ich wundere mich ein bisschen, wie negativ du das Spiel bewährstest, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich von der Emotion anzünden lassen. Ich fand aber auch, weil ich hatte Marvin, wird es vielleicht später, wenn er noch dazu kommt, auch noch was sagen, Marvin hat Touré zum Beispiel auch schlecht gesehen, war für mich gar nicht so. Ich habe es einfach so gesehen, das sind zwei Mannschaften auf hohem Niveau, wo die Eintracht halt, ja, natürlich Umstellungen hatte, die dann dazu führen, dass ein paar Lücken da sind, aber ich fand die eigentlich im Grunde genommen alle ganz geil. Das heißt, das war eher ein ärgerliches Spiel, als dass ich irgendwie sauer auf einzelne Spieler gewesen wäre. Ich bin auch nicht wirklich sauer auf einzelne Spieler, aber es war halt einfach so, dass wir von der 70. bis zur 89. eigentlich konsequent 19 Minuten lang durchgehend auf das Tor der Hoffenheimer angelaufen sind und uns immer irgendwie im letzten Moment entweder selbst im Weg standen oder halt nicht clever genug waren, das zu Ende zu spielen und ich einfach da 19 Minuten lang das Gefühl hatte, wir sind heute nicht mehr in der Lage, ein Tor zu schießen, weil wir es einfach irgendwie nicht auf die Straße kriegen. Ja, aber Baumann hat zum Beispiel auch, sein Teil hat dabei gesagt, das Ding von Hasebehaus, das war völlig krank. Das war völlig krank. Dann hast du Gacinovic angesprochen, da bin ich auch wieder ausgerastet. Ich habe es auch selber ein bisschen gejinxt, ich Idiot. Das ist der neue Benni Köhler, der hat diese Situation drin. Er kann alles am Ball, dann kriegt er diese Flanke rein, kann sich die Ecke aussuchen, wo er den reinschippt, dann schießt er ans Ostnetz. Ich habe ganz kurz gehört, Alter, Digga, was ist denn los mit dir? Das ist so dieses Unvollendete, weil er nimmt den ja eigentlich ganz gut an sogar, der ist gar nicht so einfach. Nee, also allein schon die Intelligenz zu haben, da hinten rein zu laufen und dann wird er auch noch gesehen und dann haut der das Ding mit einer Wuchte ans Außennetz, wo ich auch denke, jetzt denkt man, das sind diese Kleinigkeiten, die Gacinovic genau, die zwischen wütend und Ekstase entscheiden. Das ist auch oft bei seinen Zuspielen so. Ja. Nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, ganz ordentlich gespielt. Was war bei dieser Situation? Was ich geil fand, war diese schnell ausgeführte Ecke, weil die komplett Konfusion bei Hoffenheim hinterlassen hat. Du hast gesehen, wenn du die Szenen anschaust, die waren noch gar nicht bereit. Die waren auch gar nicht bereit. Weil der Schiedsrichter ist ja quasi noch rausgelaufen, aber der Ball war ja schon freigegeben. In dem Moment spielen die dieses Ding ja schon. Ja. Also, das haben sie in dem Moment echt sehr, sehr clever gemacht. Und dann kam für mich die zweitentscheidendste Szene des Spiels, als Hasebe zu Allergang ist und gesagt hat, komm, 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 komm. Hier, die sind einer weniger. Wir probieren es jetzt noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Weil das hätte ich, ich habe es nicht so gesehen. Ich war, ich war schon, ich bin schon ausgerastet beim 2-2. Ich habe gedacht, Gott sei Dank, wir haben Hoffenheim auf Abstand gehalten, wir haben noch einen Punkt geholt. Moralischer Sieger, bla, bla, bla. Und neben mir im Blockstand, wie gesagt, ich bin am 80. hochgegangen. Das heißt, ich konnte nicht mehr zurück zu meinen Jungs, weil nach diesem Tor war komplett Chaos. Ich bin da irgendwie die Treppe runtergespielt worden, dann war ich wieder ganz oben. Und das heißt, ich habe die letzten, nach dem 2-2 habe ich neben einem alten Mann verbracht, der auch völlig aufgelöst war und dem, der gesagt hat, die machen auch eins und ich in meiner präventiv-pessimistischen Art denke, nee, das reicht doch und bla, bla. Die ganze Zeit mich mit ihm so ein bisschen beruhigt habe und er hatte trotzdem die Hoffnung. Ja, und dann kommt für mich die entscheidende Szene des Spiels ist dieser Laserpass von Hasebe. Also dieses Ding, wo jeder, jeder auf der Welt eigentlich flanken würde. Er hat ein langes Holz und hoffen, dass das Ding irgendwie reinfällt. Genau, er hat die Zeit auch gehabt, er hätte frei gewesen, eigentlich müsstest du flanken, so. Und der spielt diesen Steckpass in den Strafraum. Haller, der große Stürmer, wo wir immer denken, der ist so, ja, der wirkt manchmal so ein bisschen, ja, so behebig, bla, bla. Hölzern. Und was macht der Chip dieses Ding da rein? Patienz, er steht fünf Sekunden in der Luft. dieses Teil geht Alexander-Schur-mäßig. Nachdem wir diese Haller-Moment mit Fjordhoff hatten im Baropapokal, Südübersteiger, hast du jetzt, zumindest sahst du aus dem Fan-Blox aus, du hast wirklich diesen Alexander-Schur-Moment plötzlich gehabt. Natürlich ist der Ball nicht aufgedotzt, aber der Tor war jetzt wieder dran, haut sich denselbe in den Winkel und das komplette Stadion rasselt aus. Also so eine kleine Parallele gibt's. Und dann war alles zu spät. Ich hab mir Sorgen um diesen alten Mann gemacht, dass der, wenn ich schon einen Herzinfarkt kriege, dass der auch einen kriegt. Und ja, ein bisschen Tränen in den Augen und dann triffst du noch irgendjemanden, den du doch kennst, weil du nach vorne geworfen bist. Und das Geilste war, als dieser Jubel so ein bisschen, so eine halbe Minute so ein bisschen abgeflacht war, kommt dieser alte Mann auf mich zu, nimm meine Mütze, schmeiß sie auf den Boden und sagt zu mir, hab ich dir doch gesagt, du Wichser. Und lacht sich tot und heult fast und umarmt mich so fest, dass ich jetzt noch Rückenschmerzen hab. Und das ist einfach so geil. Also Fußball und ganz ehrlich, die Eintracht ist momentan wahrscheinlich wirklich das Geilste, was mit in ganz Europa momentan rumläuft. Von der Emotionalität her, wir kriegen sie alle mit und wir sind Teil des Ganzen. So viele Sachen, wir hatten diesen Stress mit der Choreo, dann gewinnen wir doch. Dann diese Banner vorm Spiel gegen Boyd. Diese ganze trotzig, euphorische Stimmung, dieser Zusammenhalt in der Stadt, diese Euphorie in der Stadt, diese Nervosität auch, dass du dich mit Leuten triffst und jeder hat schießt und bla. und dann als so ein Plätscherspiel eigentlich, wo du denkst, das ist so das ist so vor Inter Mailand und du denkst, boah, ich hoffe, die Spieler sind motivierter als ich, weil Hoffenheim ist so ein unattraktiver Gegner. Jeder geht so ganz normal selbst mit angezogenen Handbremsen ins Stadion. Stimmung ist trotzdem ganz geil und dann in so einem Spiel, wo du eigentlich nichts erwartest, nochmal so einen Moment, den du wirklich ein paar Wochen mit dir rumträgst. Das hätte ich in dem Spiel wirklich nicht erwartet, egal wie es ausgegangen wäre. Dass du dann so einen emotionalen Moment hast, der wirklich zeigt, wie krass das momentan ist, was auch dazu geführt hat, dass nicht nur wir das feiern, weil wir natürlich auch befangen sind, ehrlich gesagt. Klar freuen wir uns darüber, aber dass selbst ein Spieler wie Hoffenheim von Hoffenheim sich hinstellt nach dem Spiel und sagt, ey, die Eitrath hat dieses Ding auch wegen ihrer Zuschauer gewonnen, weil jede Woche vor so einem Publikum zu spielen ist schon krass und auch auswärts. Und das ist das, was wir immer erhofft slash vermutet haben, aber das kann, die Fans haben die Mannschaft auch dahin getrieben, weil die wussten, okay, wenn wir jetzt hier nochmal treffen, dann fliegt hier das Dach weg und Paciencia, als dieses Ding reingegangen ist, also ich weiß nicht, ich hab gedacht, ich hab's ja nach dem Donnerstagspiel gedacht, dass es so laut wie lange nicht war, gerade auch wegen diesem Trotz, wegen dieser Polizeiaktion, aber das, alter, richtig krass. Ich zieh noch Gänsehaut und da versagt mir dann auch gleich wieder die Stimme. Aber ich hab's Paciencia echt in dem Moment gegönnt, der hat... Ja, das kommt ja auch noch dazu. Als der eingewechselt wurde, hab ich gesagt, jetzt hast du es dir echt verdient, da irgendwie ein Ding zu machen und dann auch noch den Siegtreffer in der 96. Minute, also das ist halt... Einen besseren Einstieg kannst du quasi nicht haben. So ist es. Das ist schon geil. Eintracht ist momentan echt geil. Leute, das ist geil und das nächste Geile steht ja schon bevor. Das ist Wahnsinn, was gerade abgeht und wir haben's ja, Marvin hat's ja auch, glaube ich, in der letzten Woche mal gesagt, Leute, wir müssen das mit dem ganz, ganz großen Löffel essen. Wir wissen nicht, wann das wieder kommt. Also diese... Es werden auch bald wieder Downphasen kommen, wo wir uns ärgern oder wo wir traurig sind. was gerade abgeht, seit dem, ja, so mit vor dem Pokalsieg, seit dem Pokalsieg, das ist wie so ein Schwebezustand. Einfach, der ist so geil einfach, weil du kommst aus dem Stadion raus und bist völlig aufgelöst. Also das, was das mit einem macht, das ist so krass. Und ich hab mir, glaube ich, dieses Tor, wir meckern ja immer auf, dass wir uns keine Sachen mehr anschauen, gell? Also wir gucken keine mehr. Ich hab mir, glaube ich, alles angeschaut, was ich irgendwo gefunden hab. Also alles gelesen und geschaut und bla bla. Weil diese, diese sechs Minuten, das war schon so geil, Alter. Und was, letzte, bevor ich jetzt aufhöre, mich hier in Rausch zu reden. Es gibt eine Szene, ich glaube, irgendeiner hat es auch bei Twitter als Gift geklippt. Als Haller diesen Ball flankt, konzentriert sich natürlich alles auf diese Traube, die überragend ist. Aber wie Haller sich da freut, zeigt für mich alles, was diese Mannschaft ausmacht. Er hat natürlich nicht das Tor gemacht, aber der schlägt mit beiden Händen auf dem Boden, rastet völlig aus, weil er sich freut. Ähnlich hat mir eine Szene mit Rebic auch mal, als er, als irgendjemand anders getroffen hat. Das zeigt einfach diese Mannschaft, auch danach, was Fernandas twittert, was Posencia twittert. Das zeigt, dass dieser Teamgeist, der natürlich, das erzählt jede Mannschaft, ja klar, wir sind gute Freunde. Nein, eben nicht. Aber das zeigt, dass das wirklich authentisch ist. Natürlich wird sich das auch irgendwann wieder ändern, wenn irgendwelche Sachen passieren. Aber momentan ist diese Einheit zwischen Verein, Verantwortlichen, Mannschaft und Fans. so stark, wie ich das selten erlebt habe. Also selten habe ich das erlebt und das überträgt sich vom Feld auf die Fans, von den Fans aufs Feld, von den Verantwortlichen auf die Mannschaft, also alle möglichen. Das ist echt magisch, wie viele magische Momente wir auch schon hatten. Diese 5-Tour von Jovic und dieses, Wahnsinn. und diese Lautstärke, mit der die Mannschaft dann nach dem Spiel auch gefeiert wird, so dieses, das ist für mich unbeschreiblich schön einfach momentan gerade. Und wir sind mittendrin gerade. Also es ist nicht so, dass wir hier zurückblicken, wie auch das war, ein schöner Geburtstag gestern. Nein, läuft noch. Ja, ist richtig. Geil, noch einiges. Alter! Geil. Um dich vielleicht mal wieder ein bisschen runterzuholen, was sich auch übertragen hat, war so der Ärger auf Hoffenheimer Seite über Hasebel. Einmal bei der Geschichte mit, genau, mit dieser Verletzungsbehandlung von Namen hier einfügen. Ich kann mir die Namen von diesen Hoffenheimer Spielern einfach nicht merken. Wo er da wohl so ein bisschen, ja, drauf gedrängt hat, dass der halt aufstehen soll und da nicht irgendwie zeitschinderisch auf dem, auf dem Platz liegen soll, angeblich soll er dann auch noch irgendwie den, den Ärzte-Stab da beleidigt haben und beim 3 zu 2 soll er dann vor der Hoffenheimer Bank gejubelt haben, was sowohl den Herrn Rose als auch den Herrn, sag schon, hier Nagelsmann im Nachhinein dann dazu berufen hat, da nochmal ihren Ärger kundzutun. Ich muss gar nicht sagen, ich habe die Aktionen mit dem Jubeln vor der Bank nicht miterlebt. Ja, bei dem, mit der Verletzungspause hat er wohl mal gesagt so nach dem Motto, komm, jetzt steh mal auf. Ich meine, der lag auch lange da auf dem Feld, den hätte man auch irgendwie. diese 6 Minuten hat Hoffenheim sich schon erarbeitet, das muss ich auch sagen. Ja, ja. Das hat nichts mit Bayern zu tun, sondern das war prächtig. Wenn ich sehe, wie langsam der dann auf dem Platz läuft, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt irgendwie auch mal einen mit der Trage gekommen, da hast du gesagt, komm, aufladen, runter mit dem Kerl. Ja, also das war schon gewollt langweil, langsam an der Stelle. Wurde ja auch schön bestraft am Ende, deshalb. Also ich muss wirklich sagen, klar kann man sich drüber aufregen, die Szenen habe ich auch so nicht mitbekommen, dass er da zur Bank gerannt ist oder sowas. Wundert mich auch, weil er eigentlich von der Mentalität her eigentlich ja wirklich ein ruhiger Vertreter ist. Ist er gar nicht, das ist voller Irrglaube. Hasebe ist so ein Giftswerg auf dem Platz, nicht nur da, also der diskutiert doch ständig mit Schiedsrichtern. Ja, aber das ist doch alles. Hast du den mal grinsen sehen? Ja, also ich finde eher, aber das ist alles noch so, klar, es ist immer eine Diskussion, er ist immer Dings, aber das ist jetzt, wirkt in meinen Augen zumindest nicht aggressiv und dementsprechend hätte es mich jetzt gewundert, aber Basti, wenn du sagst, vielleicht ist es auch eine Fehlwahrnehmung von meiner Seite. Ich glaube, ich glaube, weil ich habe es auch immer so gesehen, aber ich glaube, dass wir da einfach nur wirklich zu sehr in unsere Schublade denken und denken, der ist Japaner, der ist zu ruhig. Ich glaube einfach, der Typ ist echt ein Heißsporn auch. Ich glaube, dass du auch ziemlich viele Karten wegen Meckerns manchmal kriegst und so, aber was Dennis sagt, stimmt ja im Grund trotzdem. Der Typ ist trotzdem, glaube ich, keiner, der da hingeht und Hurensohn schreit oder so, sondern der ist schon, der ist vielleicht dann aufgeheizt, aber Leute, ich habe es bei 390, nenne ich es immer, es gibt Empörungsbeauftragte, also es gibt wirklich, wir sind in dem Fall, sind wir nicht die Empörungsbeauftragte. Wenn das andersrum gewesen wäre, wir hätten uns natürlich aufgeregt und wir können auch verstehen, müssen auch verstehen, dass Hoffenheimer sich darüber aufregen. Aber da müssen wir uns jetzt mit für die aufregen oder was? So schlimm war das jetzt auch nicht. Eigentlich war mein Plan, mich über die Hoffenheimer aufzuregen. Nein, ganz ehrlich, weil Leute, ganz ehrlich, Leute, natürlich regen die sich auf, aber dass dann auch immer von der Gegenseite verlangen wird, dass man sich mit aufregt und sich am besten noch auf die Knie schmeißt und sich entschuldigt. Leute, wenn ich in dieser Mannschaft drin wäre und meine Mannschaft macht in der 96. Minute so ein Tor, da wäre ich nackt vor die Hoffenheimer Bank gerannt. Ich habe gesagt, was willst du denn, gerade wenn es vorher diese Diskussion und du aufgeheizt bist und die Zeitspiel machen, wer weiß, was die zu Hasebe gesagt haben, diese medizinische Abteilung, als der gesagt hat, hier könnt ihr den heraustragen. Vielleicht haben die auch gesagt, halt das Maul oder so. Oder mach hier nicht so rum. Also die Unsportlichkeit zu sagen, Zeitspiel von Hoffenheim, was auch okay ist, weil das würden wir auch machen, nochmal keine Angst, das muss man halt aushalten, dass es verschiedene Wahrnehmungen von gewissen Situationen gibt, je nachdem, wen sie betreffen. Natürlich trotzdem, auf Eintrachtseite das Zeitspiel nicht gut ankam. Und wenn es dann da irgendwelche Kabeleien gibt und Hasebe steht da und die Eintracht macht in der 96. Minute, die nur existiert, weil die Zeit geschunden haben, ist diese 96. Minute überhaupt passiert, dass du dann mal zur Bankrenze sagst, na, was wollt ihr denn? Selbst wenn er sagt, na, ihr Wichser, was passiert? So, dann ist das vielleicht nicht gut, wie Dennis sagt. Glaube aber, dass das nicht so schlimm ist, dass man da nachhinein einfach noch ein großes Fass aufmachen muss. Ein großes Fass aufmachen muss und das Nagelsmann da auf dem Platz. Nagelsmann, das Geilste war, Nagelsmann auf dem Platz, war wie derjenige, der plötzlich merkt, dass er den Falschen angemacht hat. Der will mit Hasebe diskutieren, dann geht Hasebe auf den Zusack, was willst du denn? Auf einmal rennt er weg und kriegt fast Schiss. Man muss da Kosta noch dazwischen gehen. Ganz ehrlich, ich kann ihn verstehen, wenn er sich aufregt, aber Leute, dieses Verlangen, dass wir uns mit aufregen und uns entschuldigen, das ist auch ein Fußball, das gehört dazu, Leute. Lass uns den Fokus nicht auf so eine Scheiße legen, ganz ehrlich. Das ist genau das Konzept, was genau die Mannschaften jetzt wieder suchen, versuchen, uns aufzuoktroyieren, weil es bei uns besser läuft als bei denen. Das ist womöglich, ich habe es nicht gesehen, dass es womöglich Scheiße gelaufen ist, von mir aus. Darüber kann man sprechen, ist aber nach einem Tag auch Schluss mit lustig. Ich habe keine Lust, dass dein Hoffenheim, die ganzen, genau das, wir kennen das, die Eintracht wurde als Klub verschrien, der nur rumbolzt, der nur hart auf die Knochen geht und das hat uns nicht gut getan. Das hat uns in der Kartenbewertung der Schiedsrichter in den Jahren zuvor nicht gut getan. Das Image haben wir gerade nicht, weil wir viel zu taktisch dominant sind, weil wir viel zu gut spielen und ich habe keinen Bock, dass Hasebe, der natürlich im Herbst seiner Karriere trotzdem noch eine super Leistung bringt, wegen so einer Scheiße jetzt Woche für Woche begutortet wird. Darauf sollten wir gar nicht anspringen. Wir sollten das Gequatsche, was Hoffenheim jetzt da loslässt und uns anschauen, bewerten, okay, und wenn es scheiße war, dann wird es unser Trainer richten, aber definitiv jetzt nicht noch wochenlang daran rumreiten, weil sonst tragen wir diesen Mythos nur noch weiter und das tut nicht gut. Ich wollte eigentlich gerade zu unserem Problembeauftragten Marvin Überleitner den Willkommen heißen, aber er ist einfach, wie man das so kennt, dazwischengefahren. Erstmal, hallo Marvin. I'm sorry, tut mir leid, hallo. Hi Marvin. Ja, gut, nee, dann lass uns das Thema da dann auch mehr oder weniger abhaken. Wir haben, wie du schon merkst, sehr erfolgreich über dieses Spiel gesprochen. Basti hat uns schon von seinem Erlebnis mit dem älteren Herren, der seine Kutte weggeworfen hat, berichtet. Was ist denn so deine Kurzzusammenfassung zu dem Spiel? Auch wenn ich weiß, dass eine Kurzzusammenfassung bei dir jetzt ungefähr 43 Minuten dauert. Nein, 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 das geht ratzfatz. Ich habe das Spiel gesehen, habe mich sehr über das 1-0 gefreut, weil das genau in der Phase war, in der wir dominant waren, habe danach aber gemerkt, dass der Eintracht plötzlich das Heft des Handelns so ein bisschen aus der Hand gibt und habe dann starke Hoffenheimer gesehen, das muss man auch mal ganz klar so sagen, die über einen weiten Zeitraum, würde man sagen, zumindest bis zur 65. Minute einfach dominant und besser waren, auch besser gespielt haben, besser kombiniert haben, uns in der linken Abwehrhälfte, also bei uns in der linken Abwehrhälfte, ein ums andere mal schwindelig gespielt haben, wo ich aber das Gefühl hatte, dass es die linke Abwehrhälfte nur deswegen so ein bisschen gehandicapt war, weil auf der rechten Seite Touré Unterstützung brauchte, der ein bisschen überfordert wirkte und dadurch, aber da muss ich auch dann dazu sagen, die Hoffenheimer sind einfach echt auch gute Spiele offensiv und dafür, dass die mit der zweiten Mannschaft, so sage ich mal, in der Defensive aufgetreten sind, haben die ein gutes Spiel gemacht, aber es gab halt markante Fehler, sie haben nicht noch mehr Tore gemacht, das war zu unserem Vorteil, sie haben ja relativ leicht das 1-1 erzielt und das 2-1, naja, fiel ja auch relativ easy und da habe ich gedacht, scheiße, das geht jetzt in eine falsche Richtung, aber es gab ein paar Vorteile zu unserer Seite und dann lief's und dann ist es halt die einzigartige Magie, die Eintracht Frankfurt halt besitzt, die andere Vereine nicht haben, die Hoffenheim nicht kennt und die 3-4% einfach mega ausmachen und deswegen ist die Frankfurter Eintracht 2019 einfach so unfassbar geil, weil wir nicht nur eine gute Mannschaft haben, sondern herausragende Fans, die die Mannschaft aufputschen, mitnehmen und das Geile ist, ich habe es heute schon mal bei Fußball 2000 gesagt, ich war mit 2-2 zufrieden, alle um mich herum haben gesagt, fick dich Marvin, was ist los mit dir? 2-2, auf gar keinen Fall. Marvin und ich waren die einzigen in dem Stadion, die dann auch noch wüsst beschimpft wurden, weil wir nicht in 2-2 geklappt haben. Ich wurde beschimpft. Ich auch. Alle haben so gesagt, was ist los mit dir? Niemals 2-2 zufrieden, auf gar keinen Fall, noch sechs Minuten, da geht jetzt noch alles und das ist halt aber genau diesen Ehrgeiz, die Eintracht, die Spieler hatten und gleichzeitig aber noch das Köpfchen besessen haben, Ruhe besessen haben, wussten ganz genau, wie sie das Ding rausspielen können, weil, und da muss man sagen, im Gegensatz zu Donetsk, war zehn Mann für die, für uns ein Vorteil. Das ist mein Kurzfazit. Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, das Spielerische und den Ärger um Hasebe wunderbar abgehandelt. Dann dürfen wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, die Kreativität, die die Fans an den Tag gelegt haben. Ich weiß nicht, da hat einer gezählt, wie viele Spruchbänder Spruchbanner es zum Herrn Beuth gab. Na, über 20 auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass es weit über 30 waren. Also nah an die 40 würde ich sogar behaupten, wenn man sich das so angeguckt hat. Da waren teilweise sehr deutliche und teilweise auch sehr kreative Dinge mit dabei und ich glaube, das hat auch noch mal so einen ganz guten, so eine ganz gute Aussage gegeben, wie die komplette Fanbase zu diesem ganzen Thema da steht. Und vor allem die komplette. Das hat nämlich, was Beuth probiert hat, ein paar Problemfans, wie er es immer so schön nennt, von dem Großteil der Fans zu separieren, hat überhaupt nicht funktioniert, weil diese Banner hingen im ganzen Stadion. Ja, so ist das, ja. Also das war sehr großartig. Damit hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen getan mit dieser Aktion, weil er sich, diese breite Öffentlichkeit, die er sich, glaube ich, im positiven Sinne erhofft hat, dass er sich als Hardliner darstellen kann, ist komplett in die Hose gegangen. Also ich bin auch stolz darauf, dass das nicht funktioniert hat. Im Chat wird gerade eben geschrieben, dass man, dass auf der Elffreunde-Seite von 54 die Rede war. Ui, okay. Das ist eine deutliche Anzahl, würde ich behaupten. Das ist stabil, ja. Ja. Nein, aber es hat wie gesagt, es ist gut, dass es nicht funktioniert hat. Ich hoffe auch, dass dann einfach jetzt auch mal Ruhe ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was geplant ist, aber wenn es gegen Inter jetzt irgendwie eine Choreo geben sollte, kurzfristig, oder vielleicht so Teile der alten nochmal auf, dass sowas einfach nicht mehr passiert, fertig. Also dass die Polizei auch weiß, das ist keine gute Taktik. Sondern wenn dann sowas ist, dann sollen die es fotografieren und danach zur Strafe bringen, wenn sie unbedingt wollen. So ist es, ja. fuck mich trotzdem weiter ein bisschen ab. Ich glaube aber, dass wir dazu bei den Dummschwitzern später nochmal kommen werden. Wie kommst du drauf? Ich hoffe einfach, dass die Polizei meint dabei. Da ist so einiges dabei, sage ich dir. Ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, alles, was rund um dieses Hoffenheim-Spiel war, besprochen. Und dann kommen wir jetzt zu dem sehr Offensichtlichen, was quasi im Raum steht. Das ist diesmal nicht der Vorwurf, sondern es ist Inter Mailand, die am Donnerstag bei uns spielen. 18.55 startet das Hinspiel in der nächsten Euroleague-Runde. Wir hatten vorhin ja schon gesagt, Rebic wird nicht auf unserer Seite mit dabei sein. Und ich glaube, auf der Gegenseite dürfte relativ klar sein, dass Ikadi nicht zum Zuge kommt, der sich da ja gerade so ein bisschen versucht, einen auf hier Dembele-Nema, wie auch immer zu machen, um sich da so ein bisschen aus diesem Klub rauszuekeln. Scheint nicht so richtig zu funktionieren, zumindestens, was ich so der Presse entnommen habe. Aber ich glaube, spielen werden wir den am Donnerstag auch nicht sehen. Ja, schwierig. Aber gut, ist ja für uns kein Nachteil. Mit der Aufstellung bei uns muss man ja nur ein bisschen gucken, wer ist denn? Eigentlich sind alle spielberechtigt, die auch jetzt im Kader waren. Touré nicht. Touré nicht. Außer Touré. Außer Touré, okay. Touré wurde nicht nachgemeldet bei der, weil er bei der Nachmeldung hatte, Chantler den Vorzug. Ohne Hinterecke und Chantler. Chantler war es genau, ja. Bekommen vor Touré. Also von daher wird man da in der Abwehr nochmal ein bisschen durchmischen. Ja, und die Frage ist dann offensiv. Aber so generell erstmal können wir uns, glaube ich, alle auf dieses Spiel am Donnerstag freuen. Inter ist ein geiler Gegner. Und ich glaube, da ist jetzt auch mehr als genug Stimmung. Basti, du hattest vorhin gesagt, bei dem Heimspiel gegen Donnerst wäre es sehr laut gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Donnerstag mindestens nochmal das gleiche Level erreichen wird. Ja, also Leute, Eitra Frankfurt gegen Inter Mailand. Und alleine der Klang ist schon unfassbar geil. Da sind geile Kicker. Wir hatten das mit Lazio auch schon. Lazio ist für mich sogar vom Klang her noch eine kleine Stufe drunter. Auch von den Spielern her. Ja, auf jeden Fall. Das Habitsch da ist, also da kommen geile Spieler und ein geiler Name. Die werden auch endlich mal 3000 Fans mitbringen. Also das muss man auch endlich, also das muss man mal sagen. Zumindest die Inter-Fans scheinen das ein bisschen ernst zu nehmen. Ich habe so die einzige Hoffnung, die ich habe, dass wir gegen einen Gegner spielen, der eigentlich natürlich besser ist, aber Donnerstag war auch besser als wir. Also auf dem Papier. Die aber nicht so gut in Form sind. Ich glaube, die haben in sieben Spielen acht Punkte geholt. Die haben, keine Ahnung, die haben auch jetzt gegen mich die Brettermannschaften in Italien, haben die auch schon Niederlage eingesteckt. Gegen FC Turin, Bologna, glaube ich, Cagliari jetzt kürzlich. Also die sind zumindest, könnte man, wenn alles gut zusammenkommt, könnte man die ein bisschen ärgern. Und ich hoffe, dass diese Magie, die wir hier wöchentlich mittlerweile besprechen müssen, wieder dafür sorgt, dass es, wie man so schön sagt, einer dieser Abende wird. Die häufen sich dann zwar, aber, mein Gott, ich bin der Letzte dann nicht beschwert. Meine Vorfreude ist auf jeden Fall fast gar nicht mehr zu messen, weil es für mich noch mal krasser als Donnerstag ist, weil Donnerstag trotzdem natürlich interessante Spieler, ein attraktiver Gegner im Sinne von der Spielstärke her, aber vom Namen her ja nicht. Und Eintracht Frankfurt gegen fucking Inter-Mail an dem Achtelfinal vom Europapokal. Also, boah, da kriegst du schon beim Aussprechen Gänsehaut und ich hoffe, dass das die Spiele auch kriegen. Kein Freundschaftsspiel. Kein Freundschaftsspiel. Ja. Pflichtspiel. Europa-Cup-Atmosphäre, weil Europa-Cup, ja, zur besten Sendezeit, zumindest beim Rückspiel, wenn wir das Hinspiel einigermaßen offen gestalten, daran glaube ich ganz fest, dass die Sache ist noch nicht durch und die Sache wird echt, die hat viel Potenzial. Und warum nicht Inter-Mailand hat zu Hause, hat Auswärts gegen Cagliari verloren und die sind nicht so fest, wie man denken kann. Die haben gute Spieler, darüber haben wir schon gesprochen, das wissen wir ja alle, aber das muss überhaupt erstmal zusammenpassen und bei uns passt aktuell alles. Das deutlichste Zeichen, was wir hätten geben können, haben wir am Samstag gegeben, wo wir gegen mindestens gleichwertige Gegner, muss man schon sagen, den längeren Hebel gezogen haben, wo wir genau gezeigt haben, was wir drauf haben, was wir in dieser wunderbaren Stimmung auch herausfiltern können. Und Moral gezeigt haben auch, ganz wichtig. Ja, Moral gezeigt haben, natürlich, aber die Jungs flippen nicht aus und das ist das Geilste. Das ist der Unterschied zu allen Mittelklasse-Mannschaften, wenn du dann diesen Hype mitbekommst von den Fan-Rängen, wo du sagst, okay, hier geht was, aber dann bist du selbst vorgewählt, dann hast du selbst so ein bisschen das Gefühl verloren dafür, wie du jetzt eigentlich agieren musst. Das haben die nicht, die sind cool geblieben, die wissen um ihre Qualität und die wissen auch, dass sie Inter Mailand extrem ärgern können. Wenn es nicht so läuft, läuft es nicht so, aber ich glaube ganz fest, dass wir im Hinspiel alles offen halten können und ich habe wirklich Bock und dann lasse ich mir auch die Freude nicht nehmen durch die Tatsache, dass Rebic nicht spielen kann. Ja, das ist so das Einzige, was mir echt nicht passt. Ja, du hast es auch schon richtig angesprochen, Basti, das ist natürlich ein Spielertyp, der kann so ein Spiel nochmal richtig, der kann nochmal alle mitreißen, nochmal dieses aggressive Anlaufen, du brauchst ja gerade auch diese Mentalität, die ein Rebic eigentlich immer auf den Platz bringt, die brauchst du ja unbedingt, gerade auch gegen Mailand und gerade auch, wenn du abends, die Leute sind eh euphorisiert, auch die Gegnerfans werden sich zwar erst mal, oh, was ist denn hier los, wieder mega Stimmung hier, aber auch trotzdem reißt das die vielleicht auch ein bisschen mit, dann musst du immer aufpassen, dass du da wirklich denen sofort auf den Füßen stehst, dass du wie der Pressing aus der Offensive schon machst, etc., etc. Das ist wirklich schwierig ohne Rebic, wir kommen ja gleich nochmal zur wahrscheinlichen Aufstellung, aber mal sehen, wer dann diese Aufgabe so ein bisschen übernehmen kann, dann auch vorne den Leader zu machen, diese Anlauferei ist oft doch, wenn du dir so die Spiele anschaust, gehen halt oft von Rebic außen, die anderen ziehen mit, jetzt müssen die anderen halt zeigen, dass sie es genauso können. Ja, das finde ich, das finde ich bei Rebic sogar, bei Rebic wird fast unterschätzt, ich finde offensiv kann man das auffangen, weil du wirklich, von denen kann jeder treffen, also Haller kann immer treffen, Jovic kann immer treffen, die können auch immer doppelt treffen, aber was Dennis sagt, das habe ich ja schon, wir haben glaube ich beim Leipzig Spiel auch schon mal darüber diskutiert, für mich ist Rebic trotzdem in diesem Anlaufkollektiv der wichtigste, weil er a, so durch seine Körperhaltung und seine Körpersprache alleine von vornherein so ein bisschen Gefahr ausstrahlt für den Verteidiger und auch, ja, dass ich nicht zu schade ist, da ständig zu rennen und halt auch mal einen wegzuwichsen, also so körperlich, nicht jetzt irgendwie mit dem Grätschen, sondern einfach, du hast ja manchmal das Gefühl, die Gegner prallen an dem ab. Ja, stimmt, ja. Na ja, ich meine, gerade in der Situation ist er halt auch sehr gekonnt, einfach ohne da jetzt wirklich auf so einen brutalen Zweikampf zu gehen, einfach seinen Körper da sehr geschickt irgendwie dazwischen zu stellen und er hat halt, wie du schon sagst, dann einfach auch die Balance dann einfach diesen gegnerischen Aufprall ja da auszuhalten. Das sieht halt manchmal wirklich eher so aus, als wenn die dann abprallen, aber das macht er halt sehr gekonnt und das könnte gerade gegen vermutlich sehr körperlich spielende Mailänder auch durchaus dann helfen. Ja, aber Marvin hat ja recht, was sollen wir machen? Wir können ihn ja jetzt hier nicht fit reden, sondern müssen uns damit beschäftigen, mit dem, was da ist und das ist anders als in der Vergangenheit, als wir eine Zeit lang mal gesagt haben, nur Rebic, nur Party, das hat sich ja ein bisschen geändert. Also es verteilt sich auf mehr Schultern und das beruhigt mich arg, weil so ein Rebic-Ausfall, natürlich ärgert er mich, gerade in dem Spiel, aber der nimmt mir jetzt nicht mehr die komplette Hoffnung. Also es ist meine Güte, dann spielt halt ein anderer und ich bin gespannt, wen ihr da im Kopf habt. Ich habe noch gar keinen, wenn ich ehrlich gesagt bin. Dann lass uns doch mal zu diesem Thema kommen mit der Aufstellung. Also Trapp ist klar, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu reden. dann haben wir die Dreierkette, da haben wir gesagt, Touré ist nicht spielberechtigt. Spielberechtigt, das würde ja eigentlich dann danach schreien, dass man Hasebe wieder hinten in die Verteidigerposition stellt. Ja, Abraham fällt ja wahrscheinlich immer noch aus durch seine Oberschenkelverletzung, das nervt halt auch und schwierig, ja. Wirst du wahrscheinlich nicht rumkommen, von Hasebe hinten zu ziehen? Ich glaube auch, Hasebe, Hinteregger, Dika. Kostic, da Kosta. Gut, das ist klar. Also ich glaube, Kostic, da Kosta, die, solange die nicht irgendwie mit Atemnot irgendwo zusammenbrechen, werden die da noch lange laufen. Auch ein Rode ist für mich gesetzt, der war gut drauf, das ist in Ordnung und du musst ja dann Fernandes, wenn er jetzt wieder, oder? Da Kosta, äh, da Kosta sei schon de Guzman oder Fernandes. Also wen, genau, wen stellt er jetzt rein für Touré? Hasebe nach hinten gezogen. Hasebe nach hinten, Fernandes dann dafür rein und vorne wird eigentlich nur Rebic ausgetauscht gegen Jovic, richtig? Ja, musst du wahrscheinlich, also Gasinovic wird wahrscheinlich spielen, wie du sagst, auch wenn er mir jetzt nicht so toll gefallen hat, aber bleibt nicht viel übrig, was da vorne geht. Das ist halt die Frage jetzt. Die Frage ist jetzt, ob man, ja, eigentlich geht es nicht anders. Also, Patience ja von Anfang an für Rebic geht nicht. Würde ich doch nicht machen. Wäre doch total dumm. Warum solltest du das denn jetzt machen? Gib doch dem Gacinovic die Chance. Das ist genau der Punkt. Ich finde, er hat gut Ansätze gezeigt, er hat eine wichtige Flanke gegeben und gib ihm doch die Chance und wenn er diese Körperlichkeit nicht besitzt, dann kannst du ihn in der zweiten Halbzeit immer noch austauschen gegen Patience. Ich würde jetzt nicht wirklich das Feuer verschießen und sagen, wir stellen den dann da rein. Dann überfrachten wir den auch so ein bisschen mit einer Verantwortung, die er jetzt vielleicht auch noch nicht, der ja noch nicht gerecht werden kann. Was für mich viel wichtiger ist, ist, dass Jetro Willems zum Beispiel keine Rolle mehr spielt. Und das ist ein ganz, ganz vogelbilder Punkt, denn er wird uns in dem Spiel nicht gut tun. Du darfst dir echt wenig Fehler erlauben und Jetro Willems ist ein Spieler, der in zehn Minuten fünf Fehler macht und vielleicht eine gute Aktion hat. Und Jetro Willems ist, ehrlich gesagt, wenn wir mal ganz rational sind, ein Spieler, der bestimmt lieber ein netter Kerl ist, aber der das Niveau von Eintracht Frankfurt, und das ist krass, dass ich das überhaupt sage, aktuell nicht widerspiegelt. Jetro Willems musst du im Sommer wahrscheinlich verkaufen. Das ist nicht böse gemeint. Das soll jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gegen Willems per se bin. Aber ich finde, in dieser aktuellen Form haben andere Spieler ihn einfach überflügelt und die haben noch mehr Willen, die sind noch konsequenter im Kopf. Er ist zu vogelwild, das tut der Mannschaft nicht gut und er kann eigentlich kaum alternativ zu sein. Das ist für mich die Wichtige. Ja, ich weiß, dass man Patience ja nicht mit Erwartungen überfrachten soll. Problemmäßig habe ich das Gefühl, Garcinovic kannst du das auch nicht aufbehörden. Ich glaube, ich sehe halt das Problem, was ich bei Garcinovic sehe, dass es genau so ein Spiel ist, wo er abtaucht. Das gab es einfach schon zu oft, finde ich. Die Sache ist die, ich kann euch aber trotzdem nicht widersprechen, weil ich sehe halt keine Alternative, weil mit Haller, Patience und Jovic geht nicht, weil Jovic, wenn wir jetzt sagen, das ist die neue Büffelherde, Rebic kann diese Zehnerposition nicht spielen, von denen drei kannst du aber erst recht keiner. Da kannst Rebic noch am besten. Du kannst Jovic nicht auf die Zehn stellen, du kannst Haller nicht auf die Zehn stellen und Patience ja nicht auf die Zehn stellen. Das heißt, es bleibt tatsächlich nur Garcinovic. Es ist so, das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen. Und du ziehst halt De Guzman mal mit nach vorne, das wäre für mich noch eine Alternative gewesen. Du brauchst jemanden, der vorne einen Ball verteilen kann, dementsprechend bin ich voll bei dir, es macht keinen Sinn, die drei vorne reinzustellen, mit Patience ja dann noch vorne mit rein, sondern du brauchst einen Zehner, eigentlich einen Garcinovic oder alternativ, wie gesagt, De Guzman, der mal wieder eine Chance verdient hätte, meiner Meinung nach, ob er sie bringen kann, gerade bei so einem Spiel. Aber ich glaube, das Ding ist, wir müssen ja jetzt die Kröte fressen, dass wir Garcinovic für Rebic stellen. Das passt mir nicht, aber dann wahrscheinlich lieber Garcinovic, weil ich glaube, wenn du dann auch noch De Guzman für Rebic reinbringst, dann geht dir, glaube ich, alles verloren. Die Torgefährlichkeit, diese trotzdem ab und zu genialen Momente von Garcinovic. Und die Geschwindigkeit, das stimmt. Und die Geschwindigkeit und dann, da würde ich lieber fast überlegen, im Heimspiel dann zu sagen, okay, geht Fernandes vielleicht raus, wobei ich das auch nicht machen würde. Ich würde Fernandes und Rode stellen, alleine wegen der Sicherheit und Marvin hatte das, glaube ich, im Rasenfunk schon gut angesprochen, dass nämlich Rode und Fernandes dann auch Löcher stopfen müssen, A für teilweise Indica und auch für Kostic. Also so ein bisschen merkst du halt trotzdem, dass das nicht deren originäre Position ist, beziehungsweise beim Fall von Indica, dass er halt echt noch ein jünger Kerl ist. Und dafür würde ich die Sicherheit nicht aufgeben wollen. Da brauchen wir die zwei, die werden auch körperlich dagegen halten können, kämpferisch. Und vorne bleibt uns jetzt, wir spielen mit Jovic Haller und dahinter Garcinovic fertig. Wie gesagt, kleines Fragezeichen bei mir über Garcinovic, weil ich mich, gebe ich auch zu, vielleicht ein bisschen subjektiv auf ihn eingeschossen habe, weil mir viele Szenen halt auffallen und er jetzt eben wieder so eine Szene hatte, wo er in der entscheidenden Situation halt einen Fehler macht. Nichtsdestotrotz kann der auch Situationen kreieren, wo er vielleicht dann nicht am Ende der Verwerter ist, sondern dann halt, wie Marvin es gesagt hat, der Flankengeber und alleine dafür würde es sich ja schon lohnen. Von daher werde ich meinen Vertrauen auch Garcinovic schenken und so ein bisschen meine Meinung da korrigieren wollen, sage ich mal. Zu sagen, ey Digga, du kannst es ja eigentlich und warum solltest du es nicht in irgendeiner geilen Situation gegen Inter Mailand lässt einen aussteigen, spielt den Ball in die Mitte, zack, Jovic, schau so. Zumindest das kann er. Also er kann uns das bieten. Ob er das macht, weiß ich nicht und mir blutet trotzdem unser Herz das Rebisch nicht da. Aber wir können es nicht ändern und das ist genau der Punkt und jetzt musst du mit diesen Optionen arbeiten und da ist Garcinovic für mich immer noch die 1A-Option und wenn ich merke, es funktioniert im Defensivverbund gar nicht, dann sage ich, okay, ich nehme ihn raus, nehme Diggausmann dann dementsprechend rein und handel dann so. Das ist das, was wir momentan verfügbar haben, mehr haben wir nicht, aber wir haben eine ganze Menge. Und wenn ich dann aber sage, okay, wir brauchen aber offensiv noch jemanden und Garcinovic ist aber halt zu schwach, dann mache ich so. Dann nehme ich Patience da rein und versuche, Alain, ihr sagt, er kann das nicht so spielen, aber für mich kann der zumindest eine abhängende Spitze immer noch mit am besten spielen, weil er halt nicht nur derjenige ist, der es auf Tor schießt, sondern der auch selbst Flanken gibt, der da noch gut reinschließen kann, aber da muss es dann halt mehr auch auf den Außen kommen, die ihn dann dementsprechend bearbeiten. Aber ich finde, jetzt erst mal, lass uns das so spielen und wir gucken, wie es läuft. Vielleicht nutzt Garcinovic ja die Chance. Das hat er schon öfter gezeigt. Klingt nicht schlecht. Chandler ist aber auch überhaupt keine Option jetzt für das Spiel, auch für die jetzt. Ich will den auch nicht in der Dreierkette jetzt hinten eigentlich stehen sehen, obwohl es theoretisch natürlich die Situation ein bisschen entspannen wird, dass Hasebe wieder auf die Sechs rücken könnte. Aber der ist ja überhaupt fit oder was ist denn eigentlich da los? Warum haben wir ihm den Vortritt gegeben vor Touré? Weil er leistungsmäßig ein bisschen weiter schon war? Oder was war denn was war denn da eigentlich? Das hat irgendwas mit irgendwelchen Regelungen zu tun, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass Chandler irgendwelche Bedingungen erfüllt, die Touré nicht erfüllt hätte. Welche das jetzt genau sind, da blicke ich langsam nicht mehr durch. Aber ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, der hat irgendeinen Vorteil gehabt gegenüber Touré. Weil ich glaube, dass der noch nicht so fit ist, wie man es erhofft hat. Sonst würde man auch mehr über den reden, glaube ich. Ich glaube, der ist einfach noch nicht komplett spielfit und hat aber... Und der muss ja auch. Also wenn wir ehrlich sind, ein Chandler, der nicht fit ist, will ich einfach... Jetzt ist es ja, der kann es ja durch nichts ausgleichen. Genau. Was Chandler dem Spiel bringen kann, basiert komplett auf Einstellung und Fitness. Sonst war es das ja eigentlich schon. Sorry, aber Körperlichkeit, Fitness, Gedankenstelligkeit. Also der wird uns, weiß ich nicht, der wird keine unfassbaren Flanken schlagen. Ja. Ich glaube, bei Chandler war das, das wird auch gerade im Chat nochmal geschrieben, die Thematik, dass er ja aus der Jugend kommt. Genau. Das ist dieses ausgebildete Kram und das wäre für Touré nicht gekauft. Okay, danke. Das sind diese Auflagen, die dann da existieren. Joa, was ist denn euer Tipp für den Donnerstag? Basti, fang du mal an. Ich will alles ohne Gegentor, der Rest ist mir egal, selbst wenn es 0-0 ist, bin ich zufrieden. Also ist dein Tipp 0-0? Ja. Marvino. Brutal enge Kiste. Ohne Gegentor ist mir extrem wichtig, ebenfalls. Ich sage 1-0 für die Frankfurter Eintracht. Das wird echt eine scheißenge Kiste. Aber wenn wir uns alles offen halten fürs Rückspiel, dann wird es so ein geiler Auswärtsvater. Das wird so ein gutes Ding. Und ich will daran einfach glauben. Das ist jetzt momentan ein bisschen mehr Glaube, aber ich muss auch Inter jetzt nicht stärker reden, als die sind. Und wir haben extrem gut ausgesehen gegen Lazio. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Wir haben gegen Donetsk gezeigt, dass wir echt auch dominant agieren können. Warum sollte das gegen Inter nicht der Fall sein? Also ich bin positiv, bleib bei einem knappen 1-0 für uns. Ich habe lange überlegt, aber ich bin, glaube ich, auch eher bei einem 1-0. Dennis? Ich bin da von unserer Seite offensiv gar nicht so, ich sage mal, konservativ. Ich denke, wir machen drei Tore. Aber ich denke auch, dass wir hinten ein 1 fangen und so ein 3-1. Was aber keine schlechte Ausgangssituation für das Auswärtsspiel wäre. Also kann ich auch mit leben. Also zu 0 wäre mir da zwar lieber, aber 3-1 klingt schon stark. Also ich glaube, dann steht Basti wirklich ohne Hose vor der gegnerischen Bank. Das auf jeden Fall. Ich will auch, im Endeffekt jetzt sagen, was Marvin gesagt hat. Wenn wirklich was im Rückspiel noch möglich ist, was nicht unrealistisch ist, dann kann sich die Nummer wieder verselbstständigen, weil wir dürfen nicht vergessen. Man hört jetzt so ein paar Sachen, also ich glaube fast, dass wir im Extremfall, klar ist das der Extremfall, aber ich glaube, dass wir fast wirklich mit 20.000 Leuten da rechnen können. Das wird eine Stimmung wie im Pokalfinale. Also in diesem Stadion, was wirklich auch zulässt, dass Schall und Fangesänge nicht in die Luft versanden. Das kann schon eine krasse, krasse Nummer werden, gerade wenn die Eintracht dann irgendein wichtiges Tor auf diese Kurve macht oder auf dieses Tor macht, wo die Eintracht-Fenster dahinterstehen. Ei, 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 Leute. Also ich weiß nicht, da kriege ich wahrscheinlich keine Gänsehaut, sondern platzt die Haut komplett ab. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das wird großartig. Das wird sowas von großartig. Zwei großartige Nummern werden das. Dann spielst du noch reingequetscht. Ganz ehrlich, keine Grüße an die DFL, die uns hier einen erzählen wollte, von wegen die Montagsspiele entlasten die Europa League. Wollt ihr mich fucking farschen? Wollt ihr mich wirklich farschen? Eintracht spielt montags dort und dann muss Donnerstag schon, also es gibt es ja gar nicht. Eintracht spielt Montag 20.30 in Düsseldorf. Das heißt, die Mannschaft fährt nach dem Spiel quasi zurück, wird Dienstag vermutlich irgendwie nur so ein bisschen Reha ausradeln, auslaufen, irgendwas machen und wird dann Mittwoch früh im Flieger sitzen Richtung Mailand. Ja, Leute, also ganz ehrlich, die wollten uns diese Montagsspiele ja eh schon so verkaufen. Bla bla, ja. Was ja damals schon völliger Schwachsinn war auch, weil die ja so getan hätten, als wenn es keine Sonntagsspiele geben würde. Also das habe ich sowieso nicht verstanden, dieses Argument. Der Sonntag ist doch für die Amateurmannschaft. Ja, genau. Deswegen sind da auch zwei bis drei Bundesligaspiele. Und ganz ehrlich, dieses Geschwätz habe ich sowieso schon nicht ertragen. Und das macht es jetzt doppelt absurd. Aber die Konstellation jetzt ist echt absurd. Das ist die absurdeste Nummer überhaupt, zu sagen, ja, das soll die Europa-League-Teilnehmer entlasten. Und dann spielt dann der Europa-League-Teilnehmer, der am Donnerstag wieder spielen muss, Leute, ganz ehrlich. Und dann äußern sie sich nicht. So vorwiegend, oh, das war unglücklich. Oder irgendetwas, das wird dann einfach totgeschwiegen. Aber sobald irgendein Tennisball irgendwo hinfliegt, die Fans, wir müssen doch jetzt mal aufhören zu protestieren, gegen Montagsspiele, da wird wieder tausendmal drüber geredet. Aber darüber, ich habe nicht ein Wort von irgendjemandem darüber gehört, selbst als Adi Hütter gesagt hat, wir werden probieren, das Spiel zu verlegen zu lassen, weil er, glaube ich, die Hoffnung noch hatte, weil es wahrscheinlich in Österreich flexibler ist. Gar nichts hast du gehört. Keine Antwort, nichts. Es wurde gar nicht mehr besprochen. Und man hat nichts über die Absurdität dieser Ansetzung gehört. Der Joe fragt gerade im, ganz kurz, der Joe fragt gerade im Chat, wo denn der Unterschied ist zwischen Montag, Liga und Donnerstag Euroleague oder zu sagen Donnerstag Euroleague und Sonntag Liga. Für mich ist der Unterschied darin, dass ich in der Euroleague exakt zwei Spiele habe, nämlich ein Hin- und Rückspiel. Da kann ich mir eigentlich nicht leisten, eins zu vergeigen, weil ich irgendwie keine Ruhephasen dazwischen habe, wohingegen ich in der Liga 34 Spieltage habe, um ein schlechtes Spiel wieder wegzumachen. Ja, und zusätzlich kommt noch die Fahrt. Was ich aber jetzt noch ansprechen will, ich will dafür nämlich jetzt nicht wegführen, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, denn das hat der Frank heute, Frank von Berber Grüße, einer der stetigen Hörer von uns, er hat vorhin was Gutes gesagt und zwar, es ist interessant zu sehen, dass jetzt hier überhaupt nicht, gar keine Möglichkeiten gibt, das Spiel irgendwie auf den Sonntag zu verschieben und so. Und wenn wir uns jetzt natürlich der Kritik stellen und sagen, okay, es ist natürlich blöd, dass die Fans vielleicht in der ersten Halbzeit jetzt nicht so großartig jubeln und beziehungsweise einfach rausgehen, aber das ist der einzig gängige, einzig mögliche Protest, der wirklich nicht ungehört bleibt und das ist, das darf man nicht vergessen, denn wir sehen, jetzt guckt ihr die Berichterstattung der letzten Wochen an, von den sehr vielen Medien, gerade im Fernsehmedium, gerade Sky und Co., die haben das, die Thematik mit den Bannern nicht aufgenommen, die haben den Links liegen lassen, warum? Weil sie ja aufs Spielfeld blenden konnten und der Stimmung war ja da, das heißt, die haben einfach die Banner-Thematik, weil sie unangenehm war, haben sie sie nicht großartig thematisiert. Fakt ist aber, es geht nicht, Dinge wegzudiskutieren, wenn du einfach keine Stimmung hörst, da musst du zwangsläufig drauf rekurrieren und deswegen ist es ganz wichtig, dass es halt jetzt Proteste gibt, auch wenn es irgendwann so ist und auch wenn es festgeschrieben ist, dass es die Montagsspiele nicht mehr gibt, aber es ist halt wichtig, nochmal zu illustrieren, dass es gerade diese Scheiße, die Eintracht jetzt de facto betrifft, denn es ist einfach ungünstig, dass die Eintracht am Montagabend dann noch zurück und muss nach Frankfurt und dann weiter. Am besten wäre es gewesen, die fliegen direkt nach Mailand, aber dann musste auch wieder, keine Ahnung, da kenne ich mich rein von der Sachlage nicht aus, da musste länger einen Trainingsplatz demieten, musste ein Kurztrainingslager machen und so weiter und so fort, das glaube ich auch wieder mehr. Von Logistik ist das, glaube ich. Ja, es ist von der Logistik auch scheiße und dann muss man halt auch sagen, entweder DFB, ihr seid, ihr wisst, was ich meine, ihr seid dementsprechend flexibel oder seid es nicht, aber die Ansetzung ist früh scheiße gewesen und da hätte man einschreiten müssen, es gab aber kein Einschreiten, weil sie es auch nicht so wirklich im Sinne hatten. Das muss ich sagen, ist es gut, dass es dann halt mal eine klare Kante gibt und natürlich ist das ein Montagsspiel noch beschissener, viel beschissener als ein Sonntagsspiel, gerade von zu Hause aus oder so. Dann ein Sonntagsspiel zu Hause hätte es ja nochmal mitgemacht, aber ein Montagsspiel ist nochmal eine andere Kiste einfach. Ja, finde ich auch und ich finde trotzdem, dass da die Gewichtung, was ja 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 trotzdem für mich der Fokus auf dem Robberpokal liegt, weil das der Wettbewerb ist, in dem die Bundesliga diesen Verein schickt und da willst du ja eigentlich das Gefühl haben, die Liga unterstützt dich dabei, weil du vertrittst ja die Liga eigentlich und die die kacken dich dabei kacken dich dabei echt an, weil du wirklich wie gesagt hast, du kommst aus Düsseldorf dann musst du zu Hause und das Dienstag so zack dann hast du noch einen richtigen Tag wo du einigermaßen im Kopf dich auch beruhigen kannst vor so einem wichtigen Spiel je nachdem wie das Hinspiel ausgeht. Das geht nicht und ich finde was Marvin gesagt hat ist echt ein wichtiger Punkt den hätte ich sowieso nochmal gesondert angesprochen diese ich verstehe nicht dass die Leute nicht verstehen dass jetzt nochmal protestiert wird weil wir haben wir wissen alle es gab diesen Aufschrei dann hieß es ja das wird dann und dann abgeschafft ja denkt ihr Leute dass wenn wenn die Presse probiert Fans sowieso immer negativ darzustellen und wenn das wenn das über einen längeren Zeitraum jetzt laufen würde zu sagen ah die scheiß Ultras und die die haben doch die Montagsspiele denkt ihr denn dass sich irgendeiner in zwei Jahren wenn es dann wirklich entscheidend wird da dran erinnert und sagt ach ja die Montagsspiele ich habe das die ich den traue ich alles zu die würden die wenn sobald es ein bisschen abflacht sobald man die Fans in irgendeine Ecke gestellt hat äh wenn die Öffentlichkeit diese Meinung der Öffentlichkeit sich wieder gedreht hat das sind die Ersten die diese Aussage wieder rückgängig machen genau wie oft haben wir das gehört also wie oft haben wir das gehört dass ja ja da werden wir uns drum kümmern gerade bei so kleinen Themen wie und das findet auch nicht viel Anklang bei so Themen wie keine Ahnung man will darauf achten dass Leute sonntags mittags in der zweiten Liga nicht über 700 Kilometer fahren müssen oder so ja das interessiert plötzlich auch keinen mehr das kommt ständig vor so das ist einfach die werden das wenn das wenn die Proteste sofort wieder aufgehört hätten hätten die oder werden werden das vergessen und einfach dann so tun als wenn das damals weil dann ist es dann damals in der Zukunft ja das waren dann ein paar Ultras sie haben ja gesehen die Ultras die spielen ja sowieso die malen ja hier Beut der Fickerfick zurück die haben sie eh nicht alle deswegen haben wir festgestellt dass der breite Zuschauer der Bundesliga den Montagsspielen sehr offen gegenüber ist so dann formulieren die irgendeinen Scheiß und plötzlich haben wir die wieder so es geht nicht darum dass jetzt abgeschafft wurde es geht darum zu zeigen ey Leute das ist kacke jetzt ist es doppelt kacke deswegen finde ich den Protest so weh der auch tut und die Eintracht-Fans wissen ob das ja weh tut wir hatten dieselbe Diskussion hier vor dem letzten Spiel das war ein wichtiges Spiel wir hatten alle diese Ambivalenz in uns zu sagen ey das ist ein wichtiges Spiel die Eintracht-Mannschaft braucht uns aber wenn wir das machen passiert das was Marvin gesagt hat dann interessiert es plötzlich keinen mehr wenn wir da mal kurz irgendwie ein paar Plakate doch halt einen scheiß Montag Montag warum landen sowas das bringt nichts und das ist einfach dieses Zeich muss man setzen so weh es tut und diese Ambivalenz vom Leipzig Spiel die ich damals hatte die bin ich immer noch nicht los geworden ich kann beide Seiten verstehen weil ich auch lieber nach Düsseldorf fahren würde und da ab der ersten Minute ausrasten würde am liebsten und nicht vorm Stadion stehen will und auf den Live-Ticker gucken oder hören will was im Stadion passiert aber ja dann würdest du wahrscheinlich den Protest nicht so hören ja und das ist halt diese selektive Berichterstattung und daran müssen wir uns gewöhnen und das zeigt sich doch relativ deutlich Medienvertreter die denen das zu heikel ist die Dinge nicht aufnehmen wollen sondern irgendwie der möglichst ja der möglichst gefügsame Berichterstatter sein wollen die fühlen die nehmen sich dieser Thematik dann einfach nicht an ja wenn du einfach sagst du machst ein paar Banner und die Banner waren geil am Samstag aber wie oft habe ich die bei Sky gesehen kein einziges Mal ich kann mich überhaupt nichts erinnern dass das dieses dusselige Sportstudio meine Güte ist das Kacke geworden heilige Scheiße was ist das denn für eine Berichterstattung gewesen so eine teilweise total zerklüftete Berichterstattung ma jetzt ist jetzt haben sie den Sieg gezeigt und dann steigen sie wieder zwischendrin ein Leute kommen mal klar ich weiß es ist ein Sportstudio und das hat mir die schlauen Leute bei Twitter dann auch gesagt naja ist ja nicht nur Fußball habt ihr vollkommen recht es ist halt trotzdem lauter Halmheimer was da vorgezeigt wird Wintersport ist auch Wintersport ist auch echt von Deutschen gemacht für Deutsche frag mal fucking Jamaika was die von Wintersport halten ohne Mist als Bobmannschaft hallo ja ohne Mist und dann wenn wir uns dann alle abfeiern weil weil im 3 Milliarden Skeleton die die 5 dutzigen Deutschen wieder irgendwas gewonnen haben weil es halt nur Deutsche und Österreicher gibt ja also meine Güte und dann brauche ich ja auch keinen 5 Stunden Bericht für so einen Scheiß und dann schaue ich Rodeln ist auch sowas Rodeln ja Rodeln der Runner das kann ich ja großartig beeinflussen und das Schlimme ist das ist ja noch nichts mal da spaltet sich ja schon Deutschland weil alle die über dem Weißwurstäquator liegen die interessiert den Scheiß auch nicht denkst du ich kann jetzt ihn rodeln in Hessen dann kann ich den Scheiß weißt du wie oft ich Schnee gesehen habe im Winter kein einziges Mal in fucking Frankfurt also geh mir weg mit deinem Scheiß Rodel da rein dann brauche ich auch keinen halbstündigen allgemeinen Sportstudio Bericht sehen meine Güte und wenn ich mir dann aber Fußball angucke dann will ich wenigstens einen konsequenten Bericht der vielleicht auch mal darüber rekurriert was überhaupt passiert ist was mit den Fans los ist dann will ich die Boy-Thematik vielleicht mal gerne auch kritisch beleuchten will ich mal hören dass man sagt naja die Banner das ist ja noch das mildeste was die machen konnten es hätte ja ganz anders laufen können das war nur Banner da habe ich mich zurückgesetzt gefühlt wie bei der WWF Attitude Error wo jeder mit seinem Spruchbanner angekommen ist und dann was da drauf stand war noch einigermaßen harmonisch aber nein das wird ausgeklammert lieber schön dieses Spiel einigermaßen zerklavüstern deswegen müssen die Fans irgendeinen anderen Protest setzen sonst geht es halt nicht ja sehe ich auch so so ist das ja müssen wir zu diesem unsäglichen Montagsspiel gegen Düsseldorf noch irgendwas sagen außer dass die gerade so ein bisschen in Form gekommen sind Basti du hattest dich ja beschwert dass diese ganzen Absteiger immer mehr Punkte in dieses Mittelfeld rein reinschieben ja und jetzt hat Schalke das wieder gemacht genau danke an Schalke an dieser Stelle ja gut aber Düsseldorf wird uns nicht gefährlich Düsseldorf ist aber das Blöde ist dass Düsseldorf ist nicht mehr das ist das ist echt ein knallhartes Spiel jetzt also das ist nicht mehr dieses wir fahren nach Düsseldorf und gucken uns da wie in Hannover irgendwie ein 3-0 zurecht nee nee das ist ein Spiel was wir auf den ersten Blick nicht unbedingt gewinnen müssen also das ist die sind gut drauf die haben gute Spieler die haben hier diesen einen Belgier ich weiß gar nicht wie der heißt der Typ der diesen Einwurf da bejubelt hat der ist mir aufgefallen der hat glaube ich zwei Teure vorbereitet und hat am Ende sogar noch eins gemacht ich weiß gar nicht oder sechs zurecht gespielt haben was ich auch übrigens geil finde weil ich hoffe dass der dann diese Position lernt unter Funkel kannst du glaube ich wenn du überhaupt was unter Funkel lernen kannst dann wie man verteidigt oder damit kein Spieler werden genau das ist es tatsächlich ich glaube das könnte für Barcock wirklich weil die Technik hat er wenn der wirklich jemand wie Funkel ihn an die Hand nimmt und sagt hier Digga du spielst einfach sechs er macht dein Ding spiel Toni Kroos Pässe dann kann das gut werden egal auf jeden Fall ist das eine Mannschaft die kann uns auch ärgern gerade weil wir in diesem Mailand Sandwich sind und ich kann jeden Eintracht Spieler verstehen weil mir wird es wahrscheinlich nicht anders gehen und da kommt auch der Protest dazu dass dieses Spiel von der Mentalität her glaube ich nicht das sein wird wo du dann nochmal komplett da bist sondern du bist dann trotzdem mit den Gedanken beim ersten und beim zweiten Beilandspiel bla bla so ist es und die können uns da echt ärgern und Funkel ist glaube ich auch hoch motiviert und wird das auf die Mannschaft übertragen also das wird ein Spiel da sehe ich noch nicht die drei Punkte sicher auf unserem Konto obwohl sie sehr sehr wichtig wären weil wir danach glaube ich haben wir danach nicht die zwei Heimspiele gegen Nürnberg und Stuttgart danach ja Leute das könnte eine kleine Serie werden die uns in Sphären spült an die will ich jetzt noch gar nicht denken eine weitere Serie übrigens auch weil wir halt die letzten beiden Spiele schon gewonnen haben eigentlich die letzten drei wenn wir jetzt noch Donetsk dazu nehmen das kann hier richtig ein geiles Ding werden ich finde es aber gut dass du auf genau die Stärken der Düsseldorfer hinweist die einfach eklatant auch sind ich meine überleg dir mal wer hätte denn vor der Saison gedacht dass die hier in mir nichts dir nichts ganz locker weil die Klasse halten und da muss ich einfach meinen Hut auch vor Friedhelm Funkel ziehen der das in einer souveränen Art und Weise durchmoderiert hat trotz der Tatsache dass es im Winter so ein paar Unstimmigkeiten gab bezüglich Vertragsverlängerung hat der alles weggepügelt kein Drama 31 Punkte musste erst mal holen einfach mal einfach mal in Schalke 4-0 gewinnen und was du halt gerade sagst der Rahmann ist ein brutaler Spieler das ist ein Typ den kann ich mir auch bei der Frankfurter Altrat sehr gut vorstellen allein weil der halt auch diese absolute Geilheit hat der sagt ja weißt du was was ist hier los ich komm an und bejubel jeden Scheiß-Einwurf den ich raushole von mir und jeden jeden Ball den ich richtig schlage und der Typ hat halt auch ein mega Potenzial der ist ja jetzt erst seit kurzer Zeit kommt er ich glaub der kommt aus Belgien der hat wirklich wirklich ein mega Potenzial und den sollten wir übrigens auch mal perspektivisch uns auf die Finger schreiben oder vielleicht auch sogar auf einen Zettel schreiben und den könnten wir uns nämlich perspektivisch schon nochmal angucken der ist auch erst Mitte 20 oder ja der ist noch relativ jung und das ist einer der ich mein Lucke Bakio wird jetzt schon auf einem anderen Niveau sein den wirst du nicht bekommen wahrscheinlich nicht ja aber der Rahmann Benito Rahmann hab ich nie auf dem Zettel gehabt 24 Jahre alt ist seit dem Sommer erst da und sorgt echt für viel Furore mit 20 Spielen sechs Tore ist ja auch relativ torgefährlich für den Mittelfeldspieler der aber natürlich meistens auch auf den Außenspiel eigentlich ist er in seiner Lieblingsposition links außen hat aber zuletzt halt im offensiven Mittelfeld auch mal gekickt also das ist eine aber die ganze Mannschaft ist einfach konstant wenn selbst Rensing von dem ich nie was gehalten hab dann noch gute Spiele macht dann weißt du dass der gute Friedhelm seine Mannschaft perfekt zusammenstellt schwierige Kiste aber wir müssen trotzdem sagen schlagbar sind sie und wir müssen mit dem Ego da rangehen und sagen die können wir weghauen wenn wir konzentriert bleiben ich hab nur ein dummes Gefühl ich hab kein dummes Gefühl ich hab ein gutes Gefühl aber ich kenn unsere Serie in Düsseldorf Rene du weißt Bescheid ich hab da keine guten Erinnerungen an dieses Düsseldorf Spiel also jedes Mal wenn ich da war und deswegen fahr ich diesmal da auch definitiv nicht hin obwohl ich lange überlegt habe aber ne es hat nie gut geändert also zumindest nie mit irgendwie was zählbarem für uns ich erinnere mich noch an das eine Ding wo wir diese Konfrontation mit diesem mit diesem Vierertrupp der älteren Herrschaften da hinter uns hatten das war nicht so schön wir hätten ohne Scheiß in einer anderen Welt hätten wir glaube ich eine Schlägerei eingezogen das war nicht kurz davor ich hab Marvin Lange nicht so mit hohem hochrotem Kopf erlebt das war schon und ich hab mit dem roten Kopf ohne das stimmt aber der war der war kurz vorm Platzen heieieiei es war nicht es war nicht schön es war nicht schön aber ich glaube es wird Zeit der ganzen Sache mal ein wenig Revanche abzutun und ich glaube da ist was möglich die Frankfurter Eintritt hat es eigentlich drauf ich glaube aber stell dir mal vor wir lassen das Ergebnis jetzt offen gegen das ist jetzt viel Hokuspokus jetzt aber lassen wir das Ergebnis offen zu Hause sagen wir mal 0-0 oder wir gewinnen sogar eins mal dann glaube ich nicht dass wir mit unserer 1A Mannschaft in Düsseldorf spielen oder dann seht ihr das glaube ich nicht ich glaube es auch nicht ich glaube das ist dann wirklich so ein Ding ich glaube da könnte Patience ja dann zum ersten Mal von Anfang an spielen sogar schon zu sagen das könnte ich mir vorstellen der Passallär bleibt draußen Patience du übernimmst diese Nummer ich glaube auch nicht dass wir zu viel wechseln weil du ja auch den Rhythmus verlieren willst und du hast ja genau und ich finde auch sollte man auch nicht klar wenn irgendeiner auf der Felge läuft kannst du ihn rausnehmen oder nimmst du ihn in der Halbzeit raus in einer 60 Minuten ich glaube aber trotzdem dass das ein Spiel sein wird wo wir ein bisschen auf Glück angewiesen sein werden weil ich glaube wenn die Eintracht an Führung geht dann dürfen wir Düsseldorf auch nicht überhöhen also wir dürfen Düsseldorf nicht in dem Sinne überhöhen dass die weiß ich nicht wenn die Eintracht 1-0 führt dass die die ganze Zeit Druck machen werden und überhaupt nicht konteranfällig sind sondern die haben zwar achtbare Erfolge gegen Dortmund dann auch rausgeholt aber dieses Tor von Zimmer gegen Dortmund das ist jetzt auch das steht in keinem Taktikbuch sondern das ist einfach ein Sonntagsschuss der brettert dann da rein so ich glaube aber dass die Eintracht zumindest in der Lage ist diese Defensive von Düsseldorf die ich nicht so stark ansehe dass die die ärgern können wenn wir in Normalform spielen also wenn wir wirklich sagen wir kriegen da irgendwie 90% auf die Straße dann kannst du da auch gewinnen und klammern wir den Europapokal mal komplett aus das wäre dann auch wirklich ein wichtiger Sieg weil du danach zweimal gegen Mannschaften zu Hause spielst wo es zumindest nicht unmöglich ist zu gewinnen mit Stuttgart und Nürnberg und dann Leute ich traue es mich gar nicht lass uns jetzt auch heute gar nicht zu sehr darüber sprechen aber dann hängst du richtig fett da drin dann hängst du richtig fett drin und wenn Gladbach sich nicht langsam beruhigt dann hängst du noch fett an Sachen drin wo ich jetzt wirklich nicht dran denken will aber genau das ist der Punkt aber du hast eben die Außen angesprochen die Defensiven die sind knackbar sowohl Gieselmann als auch Zimmermann sind jetzt keine Weltspiele und die musst du aber mit unseren vielleicht ist Rebic bis dahin schon wieder der Filter ansonsten haben wir andere Außenspiele die einfach die Qualität haben die extrem zu ärgern die musst du auch ärgern guck mal überleg dir mal Gieselmann da spielt jetzt eine ordentliche Bundesliga-Saison aber meine Güte da musst du ran und ein Rensing ist auch immer für ein paar Gegentore gut und im Zweifel musst du viel durch die Außen kommen weil Ajan sich extrem positiv entwickelt hat ist zu einem richtig Top-Spieler geworden erinnern wir uns noch als er bei uns war da hast du gedacht er kriegt keinen Fuß mehr auf dem anderen aber das hat sich geändert aber trotzdem über die Außen geht was und wenn wir aber gleichzeitig sehr robust gegen Konnacki spielen auch Raman kaum Möglichkeiten lassen dann wird es mit Sicherheit so sein dass uns irgendwann mal Luke Baggio vor dem Tor steht aber wenn wir zwei Dinger machen ist ein Gegentor kein Drama aber genau du musst mit genau der gleichen Körperlichkeit agieren wie die es Düsseldorfer machen und wenn einer von uns wirklich extrem angeschlagen ist nach dem Mailand-Spiel dann lass den raus und lass lieber jemand anderen spielen vielleicht kann das sogar eine Partie sein bei der Pacencia eine noch größere Rolle spielt lass ich nur mal im Raum stehen ist eine Option ja klingt ordentlich das könnte auch die Partie sein wo der Guzman die Chance die Dennis gefordert hat auch wieder kriegt weil es trotzdem reicht auf jeden Fall ansonsten könnte ich hätte ich mir sogar vorstellen können aber die Wechsel ich habe immer Angst dass dann so ein bisschen der Rhythmus verloren geht Stendera hättest ja auch noch die reißen halt gar nichts die sind ja gar nicht mehr im Kader seit keine Ahnung wie viele Wochen das ist dann schon schwierig ja also ich glaube das ist so ein bisschen was zwischen zwischen leichten leichter Rotation aber ohne da wirklich diesen Spielfluss komplett rauszunehmen der wird ja eine gute Woche später schon durch diese durch diese Länderspielpause dann auch schon wieder zerstört werden also von daher ja schauen wir mal es ist auf jeden Fall bleibt alles sehr sehr aufregend ja es sind viele viele Sachen also wie gesagt unter Mailand steht so gerade so schwebt über allem aber die Bundesliga auch also diese Serie die wir in der Hinrunde gestartet haben deutet sich gerade so ein bisschen an und die würde uns wirklich echt das könnte wirklich sein dass die Eintracht nächstes Jahr nochmal international spielt Leute und das hätte ich niemals für möglich gehalten fände es auch echt gesagt krass wenn man das schafft mit Doppelbelastung und die Eintracht ist ja nicht in der Vorrunde ausgeschieden sondern wir sind immer noch da drin wer weiß wie weit es noch geht also Respekt 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 an Adi Hütter und der wird mir viel zu wenig ich hätte es mir auch gewünscht wir hatten diese rührenden Szenen in Zypern Marvin wird sich erinnern als Adi Hütter vor der Kurve stand und sein Name gerufen wurde diese Szenen hatten wir und die würde ich mir jetzt in naher Zukunft wieder wünschen ehrlich gesagt also zu sagen dass die Fans auch dem Trainer zeigen dass sie wirklich zu schätzen wissen was er macht weil was er macht ist schon krass Leute also das ist schon krass wir spielen teilweise wirklich geil er findet immer wieder Lösungen er ist sehr flexibel er ist ein smarter Typ ich feiere ihn alleine ich glaube diese Jubelszene habe ich ihm im Ganzkörperbild gesehen ich feiere ihn alleine für seine Nike Air Force Schuhe ach du liebe Zeit das ist ja der geilste Schäufe ever also diese Dinger apropos geil Alter was ein Freistoß von Ajax 4.1 krass also das Adi Hütter kommt mir momentan so ein bisschen zu ja wird mir ein bisschen zu wenig gewürdig ich hoffe dass die Fans da vielleicht vielleicht sogar dann in Mailand ähnliche Szenen wie in Zypern produzieren werden selbst wenn wir nicht weitergekommen sind dass man einfach den Trainer mal wieder fordert dass er vor der Kurve steht sich seinen verdienten Applaus abholt das ist so das Einzige was mir momentan ein bisschen fehlt wie geil ist es denn Leute ich meine egal was jetzt in Mailand passiert und es ist noch alles drin die Tatsache dass wir jetzt nach 24 Spieltagen 40 Punkte haben überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben während ich so viele dumme Bubbler gehört habe gut aufpassen oh Gott wie Köln und jetzt holt ihr noch einen Kostic er steigt ab mit Kostic steigt jede Mannschaft ab was los alle ich sehe gar nichts gar nichts 40 Punkte auf unserem Konto und wir haben noch ganz schön viele Spiele zu gehen und egal ob wir gegen Mailand rausfliegen ey das heißt da können wir uns noch ein bisschen auf die Liga konzentrieren und zittert ihr schon ja ihr könnt zittern denn die Mannschaft ist kompakter als ich mir das erwartet habe als ich das gedacht hätte ich bin da wirklich der wie sagt es Basti öfter der Präventivpessimist auch im Stadion sagt naja komm 2-2 reicht schon nein die wollen ja selber mehr was soll ich denn dann tun und das ist glaube ich das Feuer was die Eintracht innerhalb noch innerhalb dieser Mannschaft einfach noch weiter trägt und ich glaube die 40 Punkte waren nicht das Ende der Fahnenstange und da kann auch ein bisschen was gehen und wenn die sich da nochmal ein bisschen selber die Punkte wegnehmen dann kann es sein selbst wenn wir nicht wovon ich natürlich nicht ausgehe selbst wenn wir nicht die Europa League holen ja die Titel ja und dann nächste Saison in der Champions League spielen kann es trotzdem sein dass wir uns in dieser Saison wieder europäisch qualifizieren das wäre schon Wahnsinn gut ich glaube dann können wir das Düsseldorf Spiel dann auch erstmal so weit beiseite legen das Tippen ersparen wir uns an der Stelle dafür ist es einfach noch zu weit hin und dann gucken wir mal wie das dann nächste Woche in unseren Sendungsablauf hier reinpasst so und jetzt kommen wir zu dem was wir letzte Woche aus guten Gründen ein bisschen kürzer gefasst haben nämlich zu diesem hier aber es ist dann auch wie im richtigen Leben jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original wir haben ja die Nominierten und der letzten Woche beiseite gestellt weil der Herr Beuth hat quasi seine Auszeichnung für sein nicht sehr ehrenvolles aber trotzdem vorhandenes Lebenswerk bekommen von uns von daher haben wir diese Woche eine etwas längere Liste ich gehe da jetzt mal ein bisschen zügiger drüber durch und dann könnt ihr ja mal sagen was davon dann so euer euer Favorit wäre oder ob ihr vielleicht noch irgendwie die ein oder andere Ergänzung hättet und zwar haben wir von letzter Woche auf gehoben einmal die Nominierung von unserem Hörer Joe2Go und zwar Sky die natürlich Pyro feiern wenn sie nicht in Deutschland stattfindet dann ist es immer alles toll aber wehe im deutschen Stadion steht auch noch einer mit mit einer Wunderkerze dann sterben gleich wieder Kinder und Hundewelpen dabei es ist hervorragend dann haben wir eine Nominierung von dem Hörer S. Deckenbach und zwar Tim Benzko für seine gesungene Ode an Javi Martinez dann haben wir noch mal eine Nominierung von Joe und zwar die CDU CSU Europa mit ihrer rechtplumpen Art und Weise für diese Urheberrechtsreform zu werben dann haben wir eine Nominierung von Sunny von Bruns Redliner Bonsen VD und A. Lippold und zwar das Social Media Team der TSG das auf Twitter seinen Fans den Oscar für die besten Fans verliehen hat dann haben wir eine Nominierung von Marco Langlitz und zwar nominiert er unseren Polizeipräsidenten der mehrfach betont hat dass es natürlich keinerlei Generalverdacht geben kann wenn man gegen die eigenen Beamten weil 99% der Beamten machen einen guten Job das ist halt lustig dass so Generalverdacht immer in die eine Richtung geht und die in die andere Richtung irgendwie nicht und da haben wir noch eine Nominierung vom EFC Eppelweuer und zwar Uli Haar für seine Aussage wenn die Kritiker wüssten was wir schon alles für die neue Saison sicher haben dann Punkt 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 und dann haben wir noch neue Nominierungen bekommen diese Woche Gottes ich kann ja nicht hinterher und zwar von Alexander Neu Markus Lindemann der beim Spiel Eintracht gegen Hoffenheim als gepfiffen wurde natürlich sofort sagte dass die Eintracht-Fans jetzt gegen die eigene Mannschaft pfeifen das kann ich nicht gut heißen Hä was ja genau welche Szene denn da waren irgendwann in der 40. Minute waren Pfiffe zu hören und der liebe Herr Lindemann hat das natürlich gleich interpretiert dass das die Pfiffe gegen die eigene Mannschaft war hätte halt aufpassen müssen dass die Pfiffe immer dann waren wenn einer von den Hoffenheimern am Ball war grausam 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 dann haben wir eine Nominierung vom Russell Adler und zwar Eva Goldbach die im hessischen Landtag diesen Polizeieinsatz mit hätte wenn und aber rechtfertigte ich habe mir dieses Video angeschaut ich habe echt um mich schlagen wollen ähm genau dann äh ähnliches Video nominiert von Gerald Leitzfeld und zwar der Alexander Bauer der immer wieder der Meinung war dass körperliche Gegenwehr gleich Gewalt ist und Meinungsäußerung gleich Beleidigung das war glaube ich auch einer von der CDU ähm dann haben wir eine Hörernominierung von Mr. Joe Fixit und zwar die Polizei Frankfurt für ihr wenig einsichtiges Erklärvideo da sind sie Basti ich habe die Hälfte schon wieder vergessen ich auch gerade ich komme gerade nicht hinterher dann haben wir Evoas Zeuge der die TSGler ähm die sich über diese Hasebe-Geschichte äh aufregend nominiert und jetzt der letzte von Mirkschief und Dörf Humminus Ronja Merkel für ihren Kommentar im Journal Ja aber das das machen wir das mit Dings fällt aus da finde ich hat der Marvin was Gutes zugesagt oder getwittert glaube ich ich finde einfach dass man diese letzte Nominierung machen wir nicht weil dieser Versuch irgendwie eine Relevanz in dieser Diskussion zu kriegen der darf auch nicht belohnt werden weil wenn das wenn wir da immer wieder drauf anspringen funktioniert es ja auch also es muss einfach ignoriert werden zu sagen ganz ehrlich erzählst du deinem Toastbrot Ja ich will da noch ganz kurz eine Einordnung geben also ich bin ja jemand auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich relativ ja einer der wenigen sein sollte der was ich auch gar nicht hoffe ich finde das Journal grundsätzlich ein wichtiges Medium in Frankfurt ja und hat auch eine Relevanz und dir auch der Stadtgesellschaft irgendwo helfen kann ich finde halt nur den Kommentar insofern einfach überflüssig weil ich mich persönlich ja jetzt auch nicht zu dem nächsten zu den nächsten Kunstausstellungen äußere so und vielleicht ist es halt auch einfach wichtig zu wissen zu was man sich äußern kann ich mache leider auch keinen Hallenhalmer Podcast und auch wenn ich Hallenhalmer vielleicht geil finde hat es einen Grund warum ich das nicht mache und vielleicht sollte man überlegen dann hole ich mir einen Hallenhalmer Experten und der redet dann über Hallenhalmer und dann haben wir glaube ich eine sinnvollere und qualitativ hochwertigere Diskussion und davon würde ich mir einfach mehr wünschen das heißt wenn ich eine kontroverse Position vertrete dann sollte die sowohl inhaltlich korrekt grammatikalisch korrekt und sinnig stringent sein das ist die Mindestanforderung die ich habe an einen Beitrag mag er auch meinungsgetrieben sein aber damit muss ich arbeiten das muss ich mir auch als journalistisches Kriterium irgendwo vorwerfen lassen und da wurde leider nicht sauber gearbeitet ich kann die Position die für Wundersame die für ein Journal Wundersame Position vertreten plötzlich auf Beuts Seite zu sein aber brauche die richtigen Argumente dafür und brauche leider nicht die sehr eingeengten Argumente die gerade aus der Journalrichtung die vom Pflasterstrand kommt die eher aus einem linken bis eigentlich ihr grünen Milieu wir können darüber reden ob die Grünen in Frankfurt noch links sind aber aus einem grünen Milieu kommen dann muss ich aber auch da stringent bleiben das ist nicht der Fall gewesen es wurde komplett verkannt was Tatsache ist und da würde ich mir einfach ein bisschen ein sinnvolleres Umfeld wünschen und dann zu sagen okay das ist meine kontroverse Meinung die vertrete ich und dann können wir aber immer noch darüber sprechen ob wir das weiter verteilen denn wie was ihr eben richtig gesagt habt muss auch nicht jeden Kommentar man muss nicht alles was auf Twitter drei Tage einen Tag gehypt wird nach drei Tagen keinen mehr interessiert irgendwie hochhalten da gibt es so viele Diskussionen trotzdem würde ich mir für ein journalistisches Medium Kriterien wünschen die genau dem auch standhalten und wenn sie dann vielleicht auf einem Niveau sind dass ich sagen kann okay das ist wenigstens inhaltlich stringent und wahrscheinlich auch noch grammatikalisch dann können wir uns damit äußern aber das ist genau das was ich meine und da das nicht der Fall ist finde ich dass man die Intention ganz klar ablesen kann einfach nur ja ein Bass für sein eigenes Blatt zu kriegen das fand ich ziemlich unbeholfen durchsichtig durchschaubar und ja auch so ein bisschen bedenklich weil wie du es gesagt hast das wirkte eher so als wäre irgendeiner zu dir hätte einer gesagt ey wir müssen ja jetzt auch was zu rausballern am besten irgendwas wo wir möglichst viel Shitstorm kriegen weil das heißt dass wir Aufmerksamkeit kriegen das heißt es für mich weil ich glaube dass Marvin wenn die das gemacht hätten was du gerade gefordert hättest hast dann wäre das noch mehr untergegangen dann wäre das einfach die 80. Einordnung gewesen in verschiedenen Medien und glaube ich glaube wenn jemand sich zu der Thematik die da passiert ist informieren will dann tut er das eigentlich vorrangig nicht im Frankfurt Journal weil die ja aber dann ich sehe es auch wie du ich sehe es auch wie du das Journal Frankfurt hat für mich trotzdem eine Relevanz im Sinne von dass es die Stadtgesellschaft so ein bisschen für neue Restaurants und dass es Tipps gibt oder Strömungen in der Stadt kunstmäßig alles was so abgeht wenn ich irgendwas wissen will was in dem Bereich ist hole ich mir auch das Journal Frankfurt ich glaube aber nur dass das einfach ein ganz billiger Versuch war auch dort mitzureden und das auf eine Weise kalkuliert Shitstorming zu machen und das fand ich echt blöd und ich will noch mal ganz kurz dazu was sagen weißt du wie gut du das hättest machen können du hattest jahrelang jemanden der Kolumnen in Sachen Fußball Eintracht fürs Journal geschrieben hat wer ist das unser guter Freund Omid der ja ein guter Freund dieser Sendung ist der sich aber in der ganzen Thematik auch aufgrund der grünen Problematik wie ich gesehen habe relativ zurückgehalten hat bis Donnerstag auf der Waldtribüne glaube ich sogar hat er getrieben aber was mache ich wenn ich smart bin und vom Journal diese Verbindung habe ich sage ich lasse Nubi twittern ihr habt mir alle geschrieben ich habe gehört jetzt mal eine neue Kolumne im Journal genau zu der Thematik und dann habe ich jemanden der fundiert weiß was er dazu zu sagen hat bei der langjährigen Fairness und vielleicht trotzdem eine andere Meinung vertritt eine die mir persönlich als Fan nicht gefällt aber wo ich dann sagen kann auf der einen Seite habe ich mich irgendwie als Journal als Chefredakteurin zurückgezogen und gesagt ich lasse den jemanden den jemanden nehmen der adäquat das lange Jahre beurteilen kann schon ein Name ist der schon lange über die Eintracht geschrieben hat und auf der anderen Seite habe ich den anderen Spin den wirklich smarten Spin und habe viele Leute die eine Antwort wollten fundiert lange ausgeführt von Nuri Po und dann hättest du allen Seiten geholfen und du hättest trotzdem noch irgendwas du hättest trotzdem andererweise eine Diskussion hinbekommen die allen wahrscheinlich mehr geholfen hat aber da muss man halt ein bisschen den längeren Weg gehen als selber den Stift in die Hand zu nehmen das oder wäre ein guter Move gewesen du kannst es ja aber auch pro und kontra mäßig machen also diese Meinung kann ja von mir aus so da stehen die sollte halt nicht so wässrig da stehen natürlich kann man da auch eine konservative Meinung aufzeichnen aber dann soll es so passieren wie Marvin es gesagt hat und dann kann es aber nicht nur das sein also ich finde dass zum Beispiel wenn du was thematisch begleitest ist ein Kommentar egal ob er mir passt oder nicht immer ein gutes Stilmittel weil du dann auch probieren kannst die Gegenseite zu verstehen also das finde ich eigentlich immer ganz geil ich lese mir das auch gerne durch selbst wenn ich anderer Meinung bin aber das kann nicht alleine da stehen natürlich aber das kann nicht alleine da stehen weil ich stelle dir mal vor Marvin ich habe jetzt ein Thema wo ich mich nicht auskenne und ich wähle dieses Medium und das einzige was mir da geboten wird ist ein Kommentar in die eine Richtung ohne einen sachlichen Artikel ohne die andere Meinung und das reicht ja dann nicht klar für mich ich kann es für mich einordnen weil ich mich noch weiter informiere aber jemand der nur das Journal liest dem hätte ich wenn ich die Thematik überhaupt anfasse dem hätte ich weiß ich nicht aus Respekt vor den Lesern dem hätte ich mehr Informationen zur Verfügung gestellt damit sie sich eine eigene Meinung bilden können selbst wenn die so ausfällt wie von einer Dame aber dann bitte wirklich auf fundierte Weise und dann nicht so breitere Informationsbars hast du völlig genau dass du einfach sagst hier Leute wir wir das und das ist passiert das ist die Meinung von unserer Chefredakteurin so von mir aus aber da stand ja nur das drin und das reicht für mich dann nicht aus um das abzubilden finde ich und das ist einfach ja man muss es mittlerweile als Fußballfan sogar aushalten weil du das Gefühl hast jeder hat Bock sich da drüber zu äußern weil du damit wirklich auch Aufmerksamkeit kriegst und das geht halt zu Lasten von uns auch weil wir dann tatsächlich solche Polizeieinsätze auch die sind übrigens eine Folge von früheren Artikeln diese dieses wenn Peter Beuth zu Hause sitzt und denkt er kann damit gewisse Aufmerksamkeit kreieren da liegt es nur daran dass es in der Öffentlichkeit so diskutiert wurde und weil er das Thema weil er das Thema früher auch schon gesetzt hat und immer wieder gesetzt hat und und andere Medienvertreter das teilweise unkritisch aufgenommen haben und verbreitet haben und das es heißt deswegen wird es ja auch so wichtig dass wir uns in der politischen Zielrichtung auch immer ganz klar sein müssen für wen ist dieser Artikel gerade gemacht für wessen Nutzen und deswegen oder diese Aussage weißt du also ich meine es ist ja so dass wenn irgendwie Beuth was sagt dann wird es halt einfach weitergetragen aber nein es bedarf nicht immer eines weitertragens sondern einer kritischen Reflexion dieser Aussage denn sie hat eine weitere Konsequenz und da müssen uns glaube ich alle an die Nase nehmen aber was für uns gut ist wir haben wenigstens hier dieses Medium um das mal für uns einzuordnen das reicht wahrscheinlich wir haben nicht die Reichweite wie das Journal schätzt aber wir haben trotzdem eine ordentliche Reichweite die das so ein bisschen einordnet und glaube ich den Ärger mal ein bisschen losgelassen hat aber wir wollen uns ja über die ganzen anderen Nominierten auch noch äußern und da sind ja einige dabei nicht über alle und wir haben wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer gar nicht mit reingenommen also meine Güte die hätte ich als erstes hier erwartet ja ich auch ich bin ein bisschen entzürnt ehrlich gesagt hätte mir mehr erwartet ich nominiere AKK für diesen unsäglichen Witz und da bin ich nicht mal ich reihe mich nicht mal in die berechtigten Empörer ein sondern ich fühle mich weiß ich nicht als jemand der gerne Witze konsumiert und selber macht fühle ich mich beleidigt dass jemand denkt dass man in heutigen Zeiten auch Witze über Latte Macchiato machen kann ich glaube die Hipster von heute wissen gar nicht mehr was ein Latte Macchiato ist weil da mittlerweile was was weiß ich wie Matscha Blitschi Bären Akai Kram drin ist also das ist derart aus der Zeit das ist derart aus der Zeit ich kenne es ja auch ich wohne mitten im Nordend ich kenne mittlerweile alles gibt was wollte ich sagen aber das ist dermaßen aus der Zeit dass mich das einfach sogar schon wütend macht nicht klar das Thema was dahinter steht auch aber das ist zu offensichtlich aber im zweiten Blick dass es Leute gibt die das lustig finden macht mich wahnsinnig mit dem will ich eigentlich gar nicht in einem Land leben ja das ist unbegreiflich unbegreiflich Leute Macchiato die sind nicht an welche Töne die gehen müssen am Gotteswillen was ist denn das meine Fresse da fallen mir 80.000 niedere Witze zu ihr ein die ich jetzt hier nicht mache weil ich schlau bin als zu AKK ich werde Bundeskanzler das ist mich in Ruhe um Gotteswillen das macht mich fertig wenn man gerade wenn man in dem Kontext weiß was die sonst noch für Ansichten vertritt also da wird es mir Angst und Bange ja ich finde es gut lasse ich es so stehen will ich nicht mehr zu sagen doch wieder aufgeregt ja gut ich muss erst mal einen Schluck trinken sorry ja ich finde ich finde es ist gut dass wir dazu auch nochmal Stellung bezogen haben denn es gibt viele Empörungen die nicht empörungswert sind aber das sind so Dinge da muss ich auch schon sagen wird mir ein bisschen Angst und Bange wie konservativ selbst die Konservativen manchmal sind und finde ich nicht finde ich nicht progressiv und ich eigentlich sollte AKK auch wenn sie in eine andere politische Richtung einschlägt immer noch das Gesamtwohl im Blick haben selbst insbesondere wenn die CDU sich als Partei der Mitte sieht aber nun ja es wird ihr nicht zum Vorteil gereicht schätze ich mal ja wer weiß ich glaube schon ich weiß es nicht es sind auf jeden Fall einige illustre Kandidaten dabei finde auch gut dass René nochmal die von der letzten Woche mitgenommen hat weil dieser Tweet von Hoffenheim der hat mich auch sehr belustigt das war wirklich schön als Oskarnacht war und Hoffenheim wirklich dachte ja ihr kriegt den Oskar für die besten Fans sieht man oft von Vereinen das ist glaube ich einer der letzten Vereine die das tun sollte weil du dann einfach ein Thema aufmachst was ja du gibst dich selber der Lächerlichkeit preis ich weiß nicht ob das so schlau war einfach geile Selbstverdebung auf jeden Fall falls es wirklich auch nur ein Hauch ernst nein aber nein das ist ja was Ding Dennis das kannst du ja nicht mal selbst ironisch meinen weil das dann respektlos den eigenen Fans gegenüber wäre das ist es ja das geht es ja nicht wenn man sagt ja nimmst du nicht die Ernst was ich jetzt mal mit dem Augen zwinkern dann finde ich es fast noch schlimmer weil dann die wenigen die überhaupt sich diesen langweiligen Verein anschauen auch noch gedisst werden vom eigenen Verein die die da nicht ernst nehmen das wäre doch geiler eigentlich both ways ist es eigentlich eine Frechheit also von daher dass man das einfach weglassen kann das kannst du ja echt nur bringen wenn du es halt 100% ernst nimmst ich meine per se ist ja nichts dagegen zu sagen wenn man als Verein irgendwie sagt so nach dem Motto hey wir haben coole Fans ja also da kannst du ja nichts sagen es ist halt wieder so der gleiche Punkt wer derjenige ist der den Ton da gerade eben anstimmt das ist halt in der breiten Masse nicht der Verein den man da an der Stelle halt als erstes irgendwie nennen würde ja gut ist jetzt auch nichts Schlimmes was einen aufregen sollte oder sonst irgendwas ich finde es nur lustig dass wir das nicht vergessen haben ich finde es echt super dieser Verein super Hoffi Gottes Willen oh Gott okay weitermachen weitermachen aber gut wir haben so viele Nominierte ich glaube wir können 5 Jahre damit füllen und unser Uli ist ja auch nominiert also es ist für jeden was dabei diese Woche genau und ihr wisst was zu tun ist es gibt auf eintracht-podcast.de eine Abstimmung dort auf die aktuelle Folge klicken und dann könnt ihr da mal du hast vorhin gesagt dass ich auf die Polizei Frankfurt gewartet hätte das stimmt gar nicht ich habe worauf ich nochmal zu sprechen kommen will in dieser Beuthematik die wir auch hatten diese Wahrnehmung ich finde es so krass bei Twitter ging es ja auch schon rum ich glaube Stefan Grieger war das erste bei dem ich es gesehen habe dass die Polizei meins tatsächlich die Bilanz twittert ach das Ding ja und sagt ja hier haben 20.000 gefeiert da waren nur 30 Verletzte dabei das ist doch eine ganz was weiß ich elf Gewaltdelikte und sonst also so eine Aufzählung macht wo du denkst ganz ehrlich wenn du das wirklich eins zu eins wenn das die Bilanz von einem Fußballspiel gewesen wäre dann wäre wahrscheinlich die Bundesliga abgeschafft worden und Deutschland hätte den Notstand ausgerufen aber da wird drunter geschaut das ist ja eine lustige Bilanz das ist ja eine spannende wir ziehen eine positive Bilanz es gab unter 20.000 Leuten gab es nur elf Verletzte und elf Gewalttaten super oder stell dir das mal vor aber ganz ehrlich das ist der andere genau aber das ist das ist doch der andere Spin eigentlich sollte genau diese 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 Berichterstattung vielleicht sogar ganz okay sein vielleicht sollten wir uns genau uns darüber freuen dass nicht überdramatisiert wird sondern dass eine normale Einordnung stattfindet aber diese Einordnung kann halt nicht selektiv sein ich wollte mich nicht darüber aufregen ich finde es auch nicht schlimm ich finde es sogar eine gute Quote ich wollte es nur sagen in dem nahen Kontext fand ich es halt unfassbar absurd genau genau und die kann genau weil die es nicht selektiv sein kann du kannst nicht sagen oh Gott elf Verletzte alles gut kein Problem und dann kannst du sagen oh ein Verletzte oh mein Gott alle sind totale Mörder Fußballfans ja und das ist genau das Ding du musst einfach einen konsequenten Nenner fahren und der muss auf alles angewandt werden ich kann nicht sagen wenn fünf Latte Macchiatos angewandt werden und überall der gleiche Zucker ist kann ich nicht wenn überall der gleiche Zucker drin ist kann ich nicht sagen bei dem ist aber viel Zucker oh bei dem ist aber es schmeckt erstaunlich gut wenn die alle genau gleich gemacht haben das ist das selbe Getränk ja genau das ist Homöopathie ist das nein also das ist halt es ist schwierig und ich glaube da da sind wir auch alle angehalten irgendwie ein bisschen jetzt habe ich einen Faden verloren aber es macht mich auch ein bisschen wütend wenn ich ehrlich bin was mich auch wütend macht jetzt sind wir schon in dieser Rage-Sendung mir macht es auch ehrlich gesagt ein bisschen wütend dass einige Leute komplett das Gefühl für ihre eigenen Fans verloren haben also ich bin ja großer Catchfreund und so weiter und so fort und dann gucke ich mir so an ja und dann gucke ich mir so ein bisschen an was da so passiert und dann gibt es ja auch Fanforen und dann gibt es ja große Wrestling-Ligen und so weiter und so fort kleinere Wrestling-Ligen und ich finde es mega interessant dass es deutsche Wrestling-Ligen dann zum Teil gibt die sich über Fans in Foren lustig machen weil da muss ich ganz ehrlich es hat wirklich nichts mit dieser Thematik zu tun hier gerade aber ich finde es mega interessant denn jahrelang waren es die Foren die einzigen die Forenmitglieder die einzigen die irgendwann irgendwelche Ligen relevant gehalten haben als 2000 Leute ne oder 200 Leute irgendwo hingedackelt sind und jetzt wo es mal ein bisschen besser läuft werden diese Fans dann immer als Nerds oder irrelevant beschimpft das muss ich sagen liebe Leute wenn ihr einmal davon profitiert habt und wahrscheinlich immer noch weiter konsequent davon profitiert dann könnt ihr euch einer gewissen Kritik stellen ihr könnt auch gleichzeitig sagen dass eine gewisse Kritik eigentlich vielleicht überbordend ist aber die alle als irrelevant abzutun und die Leute die dafür verantwortlich sind dass überhaupt so was wie eine Bordkultur eine Forenkultur übrigens noch vorherrscht die solltet ihr nicht immer vor den Kopf stoßen sondern lieber kooperativ mit den Leuten arbeiten wenn wir unsere Leute die uns hier weil die alles sind ich sag euch mal eins ohne unsere Fans die uns hier was heißt Fans aber unsere Hörer die tagtäglich hier arbeiten die mit uns die uns schreiben die so wichtig sind für unser Produkt hier wir könnten die Hälfte der Sendung nicht machen wenn kein Mensch uns schreiben würde wenn kein Mensch uns die Dummschmärzer der Woche die gute Tat der Woche schreiben würde dann wäre dieses Format Fußball 2000 nicht so wichtig sind unsere Leute die uns zuhören die uns schreiben und da können wir nicht sagen oh wisst ihr was wir wissen alles besser wir wissen weiß Gott nicht alles besser und wir brauchen euch aber andere Leute die brauchen auch die anderen Leute und deswegen wäre es ein schöner Vorteil wenn wir alle mal ein bisschen besser miteinander klarkommen würden und nicht so tun würden als wüssten wir alle was besser ist sorry ich war bald ausgeholt aber heute ist Rant Dienstag es macht den Anschein Ajax ist tatsächlich weitergekommen geiler und was ist denn hier passiert was war jetzt Endergebnis 4-1 ja es ist glaube ich noch nicht ganz fertig aber was ist denn da passiert innerhalb von einer Minute hat jemand gelb und gelb-rot gesehen von Real ein Macho der hat so ein bisschen da rumgemeckert da ist ja Frust durchgekommen Highlight Highlight wunderbar gut dann würde ich sagen schließen wir das Segment des Dummschwätzers der Woche ab ihr wisst was zu tun ist und ja das ist mal eine halbe Stunde eine Liste durchlesen genau durchlesen Meinung bilden abstimmen und dann gucken wir mal was nächste Woche da ist und nach einem Dummschwätzer folgt natürlich auch eine gute Tat die gute Tat der Woche geben wir alles zu Hause in unserer Familie in unserem Umfeld in unserem Berufsleben damit unsere Welt besser wird wir sind anständiger Junge ich kenne ihn jahrelang er hat immer sauber und fair versucht zu spielen das ist glaube ich das Wichtige dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen seid nett zueinander und habt euch lieb und wir haben diese Woche zwei kleine gute Taten oder zwei gute Taten von Hörern vorgeschlagen bekommen und zwar einmal von Dave Denn der mir das hier auch gerade eben nochmal extra auf Twitter geschrieben hat damit ich es auch ja nicht übersehe und zwar nominiert er den friedlichen und kreativen Protest der Eintracht-Fans am vergangenen Wochenende gegen den Herrn Beuth mit den 54 Bannern super super finde ich gut dass er es gemacht hat danke Dave ist ganz ganz wichtig finde ich super wie friedlich Dinge da kundgetan worden sind das ist auch nicht selbstverständlich ich muss nur mal sagen gute Tat der Woche für mich schon Gewinner ja genau und dann haben wir noch eine Randbemerkung die hat uns der liebe Kok per E-Mail geschickt und zwar Basti du musst jetzt ganz ruhig bleiben der VfL Wolfsburg der am vergangenen Wochenende mal nicht mit Einlaufkindern auf den Platz gelaufen ist sondern mit Einlaufsenioren also man kann auch mal in die Richtung Inklusion betreiben du musst dich nicht dazu äußern werde ich auch nicht das ist mir völlig egal mit wem die einlaufen dachte ich mir aber ich fand es lustig ja war was anderes sobald wir ihnen einen Einlauf verpassen das Schlimme ist die sind ja mit Senioren eingelaufen und Einlauf hat ja eine doppelte Bedeutung okay vergessen wir das Möchtest du nicht lieber einfach wieder deine Wrestlingmaske aufsetzen nein Leute es ist spät wir haben bald 11 Uhr ich habe bis 21 Uhr gearbeitet hallo guten Tag Grüße gut dann machen wir dieses Segment auch zu und kommen zu den Empfehlungen und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René Basti Marvin und Dennis ist schöne Lounge Musik diese Musik und ich bin sofort wieder in total relax mir geht es gut wo ist der Yogameister Mama nein jetzt nicht das nicht das super so wir haben ein paar kleine Empfehlungen und zwar müssen wir natürlich erstmal das durcharbeiten was quasi hier Standard ist und zwar gibt es eine neue Folge Fußball 2000 live vom Karnevalszug in Clan Paris heute aufgenommen ja sehr gut sehr kunfus hätte ich nicht gedacht aber es ist echt ordentlich geworden die Locke hat ein bisschen angesteckt muss man schon sagen es war unter erschwerten Bedingungen heute da sind sehr viele Eindrücke auf uns eingeprallt aber Weide aber Weide sieht herausragend aus ich finde Weides Frisur sollte eigentlich auch in Wirklichkeit so aussehen diese lange das war sehr großartig ja und dann natürlich die zweite Empfehlung da kommen wir diese Woche auch nicht dran vorbei der Herr Marvin war beim Rasenfunk zu Gast und hat dort mehrere Minuten über den Herrn Doll und Hannover gerantet so wie das sein muss und mich würde interessieren hast du schon wütende E-Mails von Braunschweig Fans bekommen ne ne alles noch gut ich hab mich bei Braunschweigern die ich persönlich kenne beziehungsweise einer Braunschweigerin nochmal erstmal abgeklärt ob das in Ordnung ist dass ich das jetzt schon gesagt habe alles cool alles toddy kein Problem aber berechtigt deine Frage auf jeden Fall ja ich dachte auch so hui hui also das gibt Ärger ja ich hab auch gedacht dass wir Paranoveraner angegriffen fühlen aber ich glaube sie merken dass ich mit ihnen leide denn das Schicksal des Daums ist ein ganz ganz Schlimmes genau also von daher die neue Rasenfunk Folge auf jeden Fall auch hörenswert wenn ihr hiermit durch seid so und Basti hatte gerade eben gesagt er empfiehlt die aktuelle elf Freunde wegen der Titelstory ja die Sunderland Till I Die habe ich glaube ich hier schon mal empfohlen die Netflix Serie und da ist jetzt eine Story auch über Sunderland da gibt es irgendwie so ein berühmtes Foto was schon sehr sehr alt ist und da hat sich einer auf die Suche nach diesen Leuten gemacht die auf dem Foto drin sind das Foto ist im Stadion von Sunderland entstanden und hat auf der Tribüne wo alle ganz gespannt auf so Moment gucken also das Bild kannte ich auch vorher schon so ein bisschen ich glaube wenn man das sieht kennt man das viele junge Fußballfans die mit offenem Mund dastehen und es passiert gerade irgendwas und selbst die Leute die auf dem Foto drauf waren sind sich heute gar nicht einig was genau passiert ist auf jeden Fall erzählt er so ein bisschen die Storys von diesen Leuten und um den Verein rum und da ich mich über Sunderland sowieso gerade so ein bisschen durch diese Netflix Doku so ein bisschen ja dass man so ein bisschen im Thema drin ist fand ich das auch nochmal ganz interessant ist auf jeden Fall wieder mal eine lohnenswerte Ausgabe ich weiß dass es mittlerweile viel Kritikergebiet gibt ich bin immer noch Team L-Freunde liebe Grüße finde ich gut wer sich in Sachen Wrestling informieren will kommt natürlich am Ringfuchs nicht dabei wir haben eine neue wunderbare Folge wo es um das größte Wrestling Turnier Deutschlands geht da werde ich auch bald hinreisen und es gibt viele unterschiedliche Meinungen man kann ja eine ganze Sache unterschiedliche Meinungen sein aber wir haben das sehr gut abgebildet würde ich ganz selbstbewusst behaupten und ansonsten was kann ich empfehlen ich würde ganz gerne eine Serie empfehlen ich bin mir aber noch nicht sicher weil ich sie noch nicht gesehen habe und zwar da will ich euch aber fragen ob ihr die schon gesehen habt naja wenn wir einmal hier zusammen sind und zwar habt ihr denn die neue True Detective gesehen hat das irgendjemand hier getan ich habe angefangen ich bin so bei Folge 3 oder so und was sagst du weil ich bin ja großer ich muss sagen drauf weil ich habe die erste geliebt die zweite fand ich nicht so geil die dritte wird dich wieder ins Thema reinholen super das freut mich gut ich habe glaube ich die Dings habe ich auch angefangen weil Amazon Prime ist jetzt die achte Staffel Shameless glaube ich verfügbar kann man auch so wenn man nicht ganz gut aufpassen will kann man so wegschauen was ich noch geschaut habe was auch was ich eigentlich mal was anderes fand es gibt auf Amazon Prime so eine Serie mit Julia Roberts Homecoming hat das einer von euch gesehen nur den Trailer das ist mal was anderes ich fand die Story eigentlich ganz interessant das ist sehr sehr interessant gemacht will ich mal sagen also kann man auf jeden Fall das sind glaube ich 10 Folgen 30 Minuten wer am Sonntag verkatert auf der Couch rumliegt kann sich das auf jeden Fall mal anschauen aber der Basti hat ja letztens schon mal was gesagt und liebe Leute ich hoffe ihr habt euch das angeguckt die Feierfest habe ich immer noch auf meiner Runde die müsst ihr euch angucken die ist so unfassbar ich muss auch ganz ehrlich sagen mir tun die Leute die so viel Geld dafür bezahlt haben das hat einer ein Komiker ganz gut gesagt die so viel Geld dafür bezahlt haben wie ging es die Band Sumfody Sumfody One oder wer war das glaube Sumfody Euro bezahlt haben so eine mittelmäßige Band zu sehen tut mir auch nicht wirklich leid aber die ganzen Leute die so dran rumschwimmen und ich kann noch was empfehlen mir fällt jetzt der Name der Doku nicht ein am Ende der Welt keine Ahnung auf jeden Fall die Flacherdler Doku über den Tellerrand den habe ich jetzt auch geschaut auf deine Empfehlung die ist doch herausragend mit diesem Typ dieser Typ der bei seiner Mutter wohnt und plötzlich stellt sich raus der Chef von dem Ganzen Veranstaltung macht der Alter sein Namen auf dem T-Shirt ja ich bin der und der steht auf seinem T-Shirt drauf ja ich bin Basti Red ihr habt recht Alter daheim ist real und das geil ist wo dann ein anderer kommt und sagt nee also er kennt ja das ist immer so ein Gerücht dass so viele noch bei ihrer Mutter wohnen würden im Basement aber sie erkennt fast gar keinen und dann wohnt sein anderer Kumpane da das ist so geil und dann wo sie sich wirklich versuchen wollen zu überzeugen okay sie machen jetzt ein Experiment sie wollen ganz klar feststellen aber jedes Experiment schlägt halt fehl alleine wie selbstsicher der da steht und sagt da hinten sind die Hochhäuser von Seattle wenn die Erde eine Kugel wäre könnten wir die gar nicht sehen 200 Kilometer was los mit dir ja da müsste ja schon eine Krümmung sein ich will gerne wissen was die für eine Vorstellung wie klein diese Kugel angeblich sein soll ja dann könnte ich die Hochhäuser ja gar nicht sehen die wären ja dann um der Ecke ja genau so ist es oh man es ist lustig sich über die Leute lustig zu mahnen aber sie sind ja nicht alle blöd wirklich nicht da sind auch viele verkannte Wissenschaftler dabei würde ich jetzt behaupten aber aber es lohnt sich auf alle Fälle die Doku zu sehen und wie gesagt die Globenindustrie steckt trotzdem dahinter wer die vergangenen Folgen gehört hat weiß wovon wir sprechen so sieht es mal aus das ist hervorragend auf jeden Fall gut dann haben wir glaube ich nach einer langen Liste von Domschwätzern auch jetzt eine lange Liste an Empfehlungen ich weiß gar nicht wie ihr das alles unterkriegen wollt wenn ihr am Donnerstag noch zur Eintracht im Europapokal geht und am Montag nach Düsseldorf fahrt da bleibt auf jeden Fall nicht viel Luft für irgendwas dazwischen Urlaub nehmen oder kündigen die einzige ja ist die einzige einzige Variante genau alles andere nicht zulässig hallo der Eintracht Podcast mir dazu geraten jetzt einfach zu kündigen genau weil ich muss Dokus oder Flacherdler auf Netflix gucken ich glaube damit kommst du beim Amt auf jeden Fall durch warum haben sie jetzt hier eigentlich werden sie jetzt drei Monate gespät warum haben sie denn gekündigt ich muss ja hier der Eintracht Podcast ach so alles klar gibt es bestimmt noch eine Sonderzahlung bin gespannt 390 Live Service ich halte mich da jetzt mal mit Aussagen zurück gut dann machen wir den Sack für diese Woche zu wir danken euch da draußen fürs Zuhören fürs Mitmachen fürs Kommentieren fürs Dummschwätzer vorschlagen ganz großartig ja wir wünschen euch ein wunderbares Fußballerlebnis am Donnerstagabend im Heimspiel gegen Inter Mailand wir wünschen allen denen die am Montag nach Düsseldorf fahren viel Spaß und wir gucken mal wie und wann wir nächste Woche senden es ist tendenziell wahrscheinlich der Dienstag aber wir müssen mal gucken wie wir das alles irgendwie unterkriegen bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende macht's gut ciao tschüss 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.